Ja, willkommen zum nächsten Part von The Devil in Me. Ich kämpfe gegen die Bluetooth- und USB-Funktion meines Rechners, habe den Kampf verloren, deswegen muss ich jetzt mit Maus und Tastatur weiterspielen. Ich freue mich. Es tut mir jetzt schon leid für jeden, der daran verrecken wird. Müllbeseitigung. Äh, fortsetzen. Controller, bitte neu anschließen. Willst du mich veralbern? Geh. Yo. Der hat sich da unten drin versteckt. Oder, also ist er jetzt tot oder nicht? Scheinbar nicht. Reingelegt. Haha. Boah, wie der Phönix aus der Asche. Das hat mich ziemlich heiß, was der da anfasst. Das ist doch Metall. Huste mal nicht so laut. Der Typ ist nur da. Charlie lebt noch. Und ich muss warten, bis der Charlie heißt. Ähm. Also Geheimnisse sind wir eigentlich schon echt ganz gut dabei, muss ich sagen. Nur bei den Bildern, da fehlt mir halt so ultra viel. Ähm. Joa. Okay. Laufen wir. Ist die Kap... Oh, jo, 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 jo. Ne, Moment, Moment. Äh. Ich muss nur eben die Maus ein bisschen langsamer machen, weil das... Die Idee ist zu groß. Hallo? Eskape. Eskape. Klicken wir auf Zurück. Möchtest du die Einstellung speichern? Ja. Ah. Besser. Aber immer noch ein bisschen schwammig. Also gefühlt zieht die Maus... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist mir mit dem Controller ja gar nicht aufgefallen. Grafik. Ähm. Hm. Ist Schärfentiefe? Die... Also, ne. Eigentlich nicht. Die Bewegungs... Hier. Das Motion Blur. Das kommt mir sehr krass vor gerade. Aber das kann man nicht einstellen. Schade. Naja. Man kann nicht alles haben. Ansehen. Ach, schön. Ich kann mir auch die Mauszeiger direkt ansehen. Oh, du bleibst jetzt aber... Okay. Okay. Wir haben zwei Türen. Und die Musik sagt... Ist gerade ein bisschen... Nicht so gut. Warte, warte, warte. Das kenne ich. Oder? Haben wir da ein Bild von? Äh... Voran. Äh... Ne, das ist es nicht. Er ist draußen. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Äh... Die hat sich einfach den Knuspermann angeguckt. Und... Hat sie ein bisschen erschrocken. Und das ist eklig. Und das passiert hoffentlich nicht. Oh ja. Das kommt ja auch noch. Die Aaron guckt sich ganz schön viele Sachen an. Wie Leute sterben. Haben wir da einen Insider? Wer weiß. Ja, dieses Knack war nicht schön. Vielleicht lasse ich ja mehr leben. Gerade weil ich mit dem Aus- und Tastatour spiele. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber... Ich kenne die Tasten... Nicht... Ach, ist das... Die ganz vom Anfang. Ja, okay. Ne. Aber es sieht mir nach einem sehr bedrohlichen Raum aus. Ich gehe mal an der Seite vorbei. Okay, ich kann nicht an der Seite vorbei. Das sind richtig krasse Eimer. Leben noch alle? Nein. Nein, leider nicht. Leider... Ist... Aaron gestorben. Obwohl ich nichts gemacht habe. Aber das Spiel hat dann gesagt. Du machst was. Okay, Rot ist immer schlecht. Rot ist tot. Aber da ist auch Rot. Mehr Action wie ein Teil 3. Ne. Oh, warte mal. Was für ein Neues. Ist er jetzt automatisch... Oh, wer das... Sollte ich in den... Hallo? Sollte ich nochmal in den anderen Raum gucken? Boah, ich weiß das nie. Danke. Danke. Ich seh nix. Danke, Curly Messiah. Oh Gott. Wieso... will ich den Herz schlagen. Ähm... Hier ist viel angenehmer. Und da blinkt auch was. Das ist doch ne Münz... Ne, lol. Das ist ein Badge. Ja, von wem könnte das wohl sein? Dreh es um. Federal Bureau of Investigation. Die Marke von Hector Monday. Okay. Wir erinnern uns, ne? Also, es gab diesen Nachmacher von... Äh, justiz... Bleib ich nicht, geht denn das? Holy shit. Ähm... Es gab den Nachmacher von... Ähm, ähm... Von Holmes. Und da gab es den FBI-Typen, der den wohl zur Strecke gebracht hat. Und der ist da selber so ein bisschen crazy bei geworden, dass er jetzt der... Nachmacher vom Nachmacher ist. Da, 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 da. Was ist denn da drin? Ich mag diesen Raum gar nicht. Nee, nee. Ich mag diese... Also, diese Luke, die da ist, wo man... Die man benutzen kann, um da rein zu gucken. Äh... Aber es glitzert. Ja, ich weiß, dass ich mir mit W vorwärts bewege. Dankeschön, Spiele. Immer Druck. Will ich da rein und das benutzen? Ich find's sehr sus. Aber ich kenne den Chat. Ihr wollt sowieso sehen, wie alle sterben. Sollte man die anderen Teile auch gespielt haben? Nein, das ist völlig egal. Okay, willst du. Das geht auf den... Oh, wow. Du heißt der Höllenhund? Ach so, nice. Da kann man einfach nur durchgucken. Dieses Durchgucken hat noch nie irgendwas Vernünftiges gemacht. Einmal in der, äh... In der Badeanstalt da. In der Sauna. Da haben wir einmal den Killer gesehen. Ansonsten hab ich da noch nie irgendwas gesehen. Was einem irgendwie weiterhilft. Oder dass da auch irgendwas passiert. Ich wusste... Was haben wir denn da gesehen? War das ein Gang? War das ein Ofen? Ich weiß es nicht. Ich hab immer noch Panik von den Luken. Ey, süß. Wär ich nachvollziehen. Ich geh mal davon aus, die Türe wird abgeschlossen sein. Sonst müsste man hier nicht an der Seite vorbei. Können wir die Türe vielleicht öffnen von innen? Das wär doch was. Nö. Okay, der Raum hier ist extrem dunkel. Was denn hier? Da ist zu. Ach, schön. Ja. Also unsere Optionen sind so begrenzt, als dass man hier durch die Tür muss. Und Ende. Danke. Danke, Miss Lonja. Na ja, sub. Hallo. Ich finde einen Weg aus der Werkstatt. Ja, ja, ja. Ich seh überhaupt nichts. Man kann Charlie kaum erkennen. Aha. Das ist doch jetzt wie bei, wie bei Schweigen der Lämmer. Der sitzt hier irgendwo mit dem Nachtsichtgerät in der Ecke oder so. Warte mal, hatten wir nicht eine Lampe? Hatten wir die... Ne. Die würde uns, glaube ich, angezeigt werden. Schade. Wurde Charlie nicht gut durchgebrutzelt? Ja, aber der hat sich da unten drunter versteckt. Da sind zweimal noch 300 Grad in dem Ofen dann, aber das... Wenn du unten drunter bist, ist es nicht so schlimm. Der kann da hochklettern und dann... Ah. Sei doch nicht so laut. Warte, 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 warte. Es steht was dran. Lower... Lower Workshop... Local Power. Okay, dann wollen wir ja eigentlich... Was anderes kann ich ja eh nicht machen. Müssen wir jetzt da das Rätsel lösen? Okay, drei Knöpfe. Oh mein Gott, nein. Das ist ein Foreshadowing. Also, das haben wir gleich auch. Oh mein Gott, ich bin der meinte. Verdammt den Scheiß. Hä? Okay. Eins, zwei oder drei. Den vierten können wir nicht nehmen. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wer das nicht angeht. Ich würde einfach den linken nehmen. Oder? Ja. Hopp. Bitte! Bitte! Ich tue alles! Hä? Oh oh. Ich würde sagen, wir gehen da mal wieder. Haben wir jetzt so alle drei Knöpfe gedrückt? Reicht jetzt. Da dürfen wir nicht rein. Irgendwelche Sachen noch hier, die jetzt an der Wand sind. Ach, guck mal. Jetzt können wir uns das angucken. So, der hat geguckt, wie der menschliche Körper so funktioniert. Jaw, rising, or finish, hinge. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Neuers, das ist ein neues Sub von TKM8762. Vielen Dank. Äh, hallo. Ich hab's endlich geschafft, weiterzuspielen. Oh, weah. Okay. Lesen wir uns mal die Sicherheitsbestimmung durch, wie man sowas benutzt. Nicht da drauf klettern. Crushing Force. 150 Tonnen. Okay. Riding on the conveyor at any time can cause severe injuries. Ja. Weil wenn du da drauf kletterst, dann fällst du da in die Zahnräder rein und wirst zermatscht. Immer bedenken. Ausmachen. Stay clear of the moving belt. Aha. Abstand. Eine Armlänge Abstand zum, äh, Conveyor Belt. Äh, und über die Leitern bitte evakuieren. Ja, gut. Also hier ist der bei, wo, wo Leiter? Ich würde mit dem jetzt ungern in so einen Schredder reinfallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier ist eine Leiter, aber das ist nicht die, die, hier geht's raus, Leiter. Ich will nicht diesen Knopf drücken. Mal gucken, ob jetzt irgendwo, meint ihr, irgendwo anders ist noch was aufgegangen? Oder ist jetzt wirklich nur in diesem Raum der Strom an? Hier kann man immer noch nicht durch. In den anderen war der gar nicht aus. Kannst du dir nochmal die Vorahnung anschauen? As you wish. Wobei die, wir gehen mal eben alles schnell durch. Nee. Ja, die haben wir gedodged. 1A gedodged. Ähm. Die auch. Also die kann nicht mehr vorkommen. Die haben wir auch gedodged. Äh. Da bin ich mir uns... Äh, wobei... Ne, geht ja nicht, wenn... Hier wäre ich mir auch... Zwar unsicher, aber würde behaupten, die haben wir auch gedodged, weil das war in diesem, äh, Kühlraum. Und da waren wir schon drin. Äh, das ist... Äh, das ist... Dazu kann es noch kommen. Dazu auch. Aber Charly haben wir halt nichts mehr. Hier war der Strom an, oder? Das war ja nur für den Workshop. Vielleicht guck mal da durch. Jetzt kann er ja mehr sehen. Wow. Richtig viel kann man sehen. Da passiert nix. Oder wir machen die Maschine an und gehen dann nochmal gucken. Ja, das ist halt das Ende des Rollbandes. Hör ja genau. Ob die anderen Türen jetzt irgendwie gehen? Nein. War es abgeschlossen und hier wahrscheinlich auch, ja. Okay, ich könnte mir noch überlegen, die... Also hier, ne, da war Barbecue-Time. Ich könnte mir noch überlegen, ob man den, ähm... Den Fließband... Ob man das Fließband anmachen kann. Und dann nochmal gucken geht. Ob man da irgendwas... Weil wir... Also dieses Gucken hat... Das habe ich bisher noch nicht verstanden. Hat da gerade was geleuchtet? Ach so. Reflections. Na gut, push the button. Untersuchen. Push it. Okay. Okay, geil. Aus dieser Perspektive leuchtet explizit auch nochmal das hier auf. Das kann doch kein... Kein... Und warte mal. Wieso wird denn der Text da nicht richtig angezeigt? Was ist das denn? Also da rechts stand doch gerade die Übersetzung. Aber auch nur in so breit. Okay. Don't step... Ne, da stepen wir noch nicht drauf, Bro. Ich gehe jetzt erst gucken. Vielleicht sieht man da irgendwie den Grinder oder was weiß ich. Das gefällt mir nämlich gar nicht. Aber man hat auch keine andere Wahl. Also es ist auch hoffentlich nicht der sichere Tod. Ne. Man sieht... Genauso wenig. Bin ich ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Und da... Also... Ne. Man hat keine andere Wahl, als jetzt da drauf zu gehen. Die Türen sind alle zu. Könnte was übersehen haben. Ja. Vielleicht irgendwie ein Bild oder so. Aber... Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendeinen Ausgang übersehen habe. Das ist eine interessante Frage, ob man den Strom wieder abschalten kann. Äh, nein. Kann man nicht. Man kann den Strom nicht abschalten. Wäre aber... Also ja, gute Idee. Denn dann wäre hoffentlich dieses Türchen da offen. Und man könnte einfach reinkraxeln. Okay, Charlie. Auf geht's. Jetzt muss der bestimmt hüpfen oder so. Okay, ich habe gedacht, du musst da dunkle drücken. Ich... Ich wusste nicht, wie das... Ich habe die linke Taste gedrückt, weil die war dunkel. Oh mein Gott, nein. Jetzt steh doch mal auf. Wie lange brauchst du denn dafür, Mann? Hä? Das war doch rechts. Das war doch rechts. Das war doch gerade die rechte Maustaste. Bin ich doof? Also pass auf. Unten bei Navigieren, ja? Löst man aus mit der linken Maustaste. Das heißt, da wo hell ist, soll man drücken. Also... Ich habe die rechte Taste gedrückt. War das zu langsam? Lass dich nicht entdecken. Ha! Oh Mann. Ja, das ist jetzt schon... Danke. Die helle Seite drücken. Okay. Irgendjemand! Okay. Bitte. Bitte, bitte. Du... Du verdammter Mist. Wer will das? Da war er widerlich. Leute, ich würde mal behaupten, Charlies ist gestorben. Aber ich habe die rechte Maustaste gedrückt. Also... Das verstehe ich nicht. Der erste war auf jeden Fall gefällt. Da habe ich die falsche gedrückt. Gott sei Dank. Was zur Hölle ist das? Auch schön dich zu sehen, Kate. Du lebst noch. Du musst die linke drücken. Warte mal. Du musst die linke drücken. Du musst doch immer die helle Seite drücken. Und eben war doch... Als der da durch ist, wo er sich den Kopf angeschlagen hat, war die rechte. Also da habe ich die linke gedrückt, weil ich dachte, du musst die dunkle drücken. Beim zweiten Mal? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist links im Menü. Ja, genau. Ach so. Danke. Danke, Read Gaming. Für einen neuen Sub. Neuladen. Du kannst es dir nochmal anschauen. Ja, wo denn? Es war recht. Ich war einfach zu langsam. Guck mal. Dann ist das klar. Dann werde ich nicht neu laden. Nee, nee, nee. Man muss schon mit dem Quatsch leben, den man macht. Oder auch nicht. Es war rechte Maustaste. Ich habe es zu langsam gedrückt. Möchtest du? Ich habe nichts geändert. Hör mal. Ich habe etwas Neues herausgefunden. Was? Der Kerl auf der Fähre. Das war nicht Dimit. Das war Joseph Morello. Verfasser von True Crimes. Hab eins seiner Bücher entdeckt. Was hat er mit all dem zu tun? Keine Ahnung. In einem der Schlafzimmer, da war eine Leiche. Eine Frau. Sie wurde enthauptet. Das war Joseph Morellos Frau. Hab ein Foto von ihr gesehen. Ihr Name war Michelle. Wir sind also nicht die ersten Opfer. Hast du Mark gesehen? Nicht leibhaftig. Aber auf einem dieser Bildschirme hier. Gott sei Dank. Ich war schon fast krank vor Sorge. Ich habe Dumette aber auch hier rumspuken sehen. Laut Clip warst du in der Zeit. Dann hat es einfach nichts mehr gebracht. 100% Neuladen. Es lag an der Einstellung. Nicht an der Geschwindigkeit. Aber ich kann nicht mehr Neuladen, Leute. Weil dann starten wir wieder hier. Also wenn ich jetzt ins Menü gehe und neu starte, dann starten wir halt mit Kate. Der Zoros abgefahren. Es gibt eine Szenenauswahl. Scam. Oben links kommt ab und zu noch ein Friendly Firekessel. Oh, das habe ich ausgemacht. Das Plugin. Da müsstet ihr einfach nur mal neu laden. Da müsstet ihr einfach neu laden. Das habe ich ausgemacht. Also ich würde es auszulassen. Wenn ich zu langsamer war, war ich zu langsam. Der alte Verstecker-Trick hinter der Türe. Als ob der die nicht gesehen hat. Ja, wobei, ne? Wenn wir Verstecken spielen. Ich habe heute bei Perfect Heist 2 schon wieder richtig schöne Sachen gehabt. So, Leute. Der hat einfach eine Bed-Cave gebaut. Nicht nur das. Hier kommen Leitungen zusammen. Schalter, Hydraulik, Strom, alles. Von hier aus steuert er das ganze Gebäude. Wie weit geht das runter? Das ist alles verbunden. So spuckt er durch das Haus. Lol. Wie smart ist das denn? Okay, die Pad nach oben. John muss sagen, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Dass er eine Maske trägt, um das, was er tut, einer anderen Person unterzuschieben. Das ist wahrscheinlich nur seine Theorie. Weil er nicht damit klarkommt, dass ein Mensch sowas tun kann. Okay, da können wir hoch und runter rennen. Er weiß ganz genau, was er da tut. Nur tickt er anders als der Rest von uns. Das ist nicht irre? Okay, betreff. Meine Bestellung. Er ist irgendwie außer Kontrolle. Sieh dich doch um. Methodisch, alles. Das ist nicht irre. Danke, Brandon. Ich habe unseren Hersteller angewiesen, weiterzumachen. Wir werden sie, wie versprochen, in jeder Phase mit Fotos über die Fortschritte auf dem Laufenden halten. Kann höchstens sein, dass er sich bei was unsicher ist und dass sie ihm Selbstvertrauen gibt. Unsicher? Wie? Kein Selbstvertrauen? Was ist denn halt für eine Frage? Wie im Vorfilm besprochen, lassen wir Diskretion bei der Produktion walten. Danke, Amber. Guten Morgen, Amber. Vielen Dank für Ihre Antwort, die mich beruhigt hat. Die Kosten sind völlig in Ordnung. Bitte weitermachen. Erinnerung, die sollte vertraulich bleiben. Guten Morgen, Brandon. Ich kann Ihnen versichern, dass alle unsere maßgefertigten Masken sehr robust sind. Sie werden oft bei langen Therapieproduktionen und intensiven Action-Szenen eingesetzt. Ja, du hast auch miese Kindheit. Das Material ist ein kunstharzbeschichtetes Holz, das eine erhöhte Festigkeit aufweist und sehr langlebig ist. Diese Gesamtkosten würden sich auf 1800 Dollar ohne Steuern belaufen. Lassen Sie mich wissen, ob das für Sie in Ordnung ist. Boah. Hier ist die Polizei. Mr. Monday, hier ist die Polizei. Können Sie bitte die Tür öffnen? Mr. Monday, ich bin Officer Stanley von der Polizei Chicago. Hören Sie mich? Agent Monday. Fuck. Fuck. Oh. Ah. Ich bin in Agent Mondays Wohnung. Hier ist überall Blut und eine Leiche. Ich brauche sofort Verstärkung. Ich glaube... Monday. Wieso ist denn der alleine da reingegangen? Carl Stanley, Chicago Police. Ja, also hier kann man schön alles beobachten. Können wir mit dem Zeug hier rauskommen? Vielleicht können wir die Fenster im Foyer öffnen. Danke. Das wäre smart. Dankeschön, Marius. Er beobachtet uns seit unserer Ankunft. Mark wurde zuletzt im Keller gesehen. Als wenn der da drüber Buch hält. Aaron. Ja, Aaron leider tot. Wait, wie sagt... Achso, Charlie. Hm, voll nice. Basement. Achso, deswegen sind die durchgestrichen. Hier kann man sehen, wer noch lebt. Mark, Jamie und Kate. North Corridor, South Corridor und Basement. Oh, da kannst du das... Aktiv, Junior. Dankeschön. Was ist das? Wir haben ihn sterben sehen. Das war ein Trick? Es gab keinen Hausmeister. Aber da trug jemand eine gelbe Jacke mit... unserem Zeug. Das war dann wohl Mr. Dymette. Er weiß natürlich, wo die Kameras hängen. Aber theoretisch müsstest du doch jetzt sehen können, wo der so ein bisschen rumeiert. Das haben wir schon gesehen. Aber kannst du dir nicht angucken, wo der ist? Und dann dementsprechend nicht dahin gehen? Was gibt es denn hier? Ja gut, also wir können wieder mal nur hier ho- 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 runter... Mach mal deinen Handspiegel an. Also überhaupt die... also hoch oder runter? runter wird ganz schön dunkel. Dunkel ist aber doch eigentlich gar nicht so verkehrt, oder? Also ich meine, wenn dunkel ist, sieht aber die Kameras da auch nichts. Okay, da ist auf jeden Fall offen. Es sieht so aus, als würde man da viel machen können. Wir gehen mal eben schnell nach ganz oben. Beziehungsweise einen höher als eben. Nur um zu gucken, ob es da überhaupt weiter geht. Zacki, zacki, zack, zack. Ja, moin. Das sieht ja genau so aus. Alles Server-Schränke. Okay. Ich glaube, der ist die Bitcoins am Farmen, Freunde. Damals schon. Oh, hier geht's. Okay, wir müssen erst runter. Diese Pfeile bedeuten, es geht weiter. Also wir werden uns jetzt erst alles angucken ohne Pfeile und dann nochmal runtergehen. Hi, Mr. Monday. Hier ist Lucinda Price von Twilight Prairie Care Home. Ich habe schon ein paar Kunden gerufen. Eine Aufzeichnung eines Anrufbeantworters, auf der im Dezember 97 jemand gebeten wird, beim Besuch der Mutter im Twilight Prairie keine Tonaufnahmen zu machen. Die Nachricht stammt von der Leiterin des Altersheims, in dem Lucinda Monday lebte. Kostüme Recreation. Ein Kostümentwurf. Dumet hatte intensive Nachforschung betrieben und sich bemüht, einen Look zu kreieren, der dem von H.H. Holmes ähnlich sah. Achso, ja stimmt. Umdrehen kann ich es nicht. Aber mehr kann man hier schon mal nicht machen. So, und gehen wir in den Keller. Sind Dumet, Hector Monday und Belknap die gleiche Person? Habe ich was vercheckt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass, nee, das passt ja eigentlich nicht. Also Dumet müsste ja der aktuelle Killer sein. Hector Monday war doch, oder hat er sich umbenannt? War das eine gute Frage. Weil Monday war doch in den, also in viel früheren Jahren schon der, ähm, der, der, äh, FBI-Mensch. Ja, also, warte mal. Da. Hector Monday ist ja der Typ. Ich dachte, Dumet ist der Typ von Anfang. Jetzt bin ich auch verwirrt. Ach, guck mal, einfach mal, wie es weitergeht. Er hat sich nur als Dumet ausgegeben, ja, das, das macht auch noch irgendwie Sinn. 1, 4, 1, 3, erster Stock. Da ist The Lobby beim Abendessen gefilmt. Alle hat dann da aufgeschrieben. Oh, Michelle wirkte ursprünglich positiv aufgeregt, dann jedoch immer unruhiger, selten alleine, schwieriger sie zu separieren. Ist gestern Nacht im Hotel herumgewandert, Gelegenheit? Bad nicht im Familienzimmer genommen. Merklich müde am Ende des Tages, trinkt in Gesellschaft, ausnutzen, starke Schlaftabletten. Sie muss bei Tagesende drankommen, erhält Wein und Schlaftabletten beim Baden separieren. Okay, der macht sich sogar Notizen zu den Verhaltensauffälligkeiten. Krass. Also, viel methodischer kann man an die Sache ja gar nicht mehr rangehen. June Collins? Ach, June. Hallo? Ja, stimmt. Ja, die habe ich letztes Mal auch vergessen. June Collins, 41 Jahre, aufgeschlossen, leicht zu beeinflussen, gesund, scheinbar keine größeren gesundheitlichen Probleme im Umkreis von 1000 Kilometern. Was? Im Umkreis von 1000 Kilometern? Ach, kann ich das umdrehen? Kannst du mal das andere nehmen? Die ersten, oder? Äh, okay, das kann ich nicht mehr nehmen. Andrew Collins. Kann man umdrehen. Rechtshänder. Unsicher. Kleiner, aber eng verbundener Familienkreis. Werden Sie anrufen. Ein Elternteil verstorben, der andere krank. Krankenhausrechnungen. Äh, Pressure, Last, ja, also Druck. Koffeinsüchtig. 38 Jahre alt, durchschnittlicher Körperbau, war Amateurboxer. Zuerst nehmen, unbekannte Krankheiten nachforschen. Krass, der hat sich so richtige Patientenakten gemacht. Ja, die Fähigkeit vergesse ich immer, dass das Symbol erst angezeigt wird, wenn man sich das äh, anguckt. Michelle, wurde ursprünglich aufgeregt, das haben wir alles gelesen, da. Harrison Lee, Tod durch ersticken, Falle vor Ankunft der nächsten Gruppe zurücksetzen. Louis Lee, ertrunken, Leiche aus einem Becken fischen. Cecil Hall, Tod durch Blutverlust nach Aufspießen auf einer Sonnenuhr. Leiche bereits entsorgt, Kurt Hall, mehrere Schusswunden, Thomas Hall, eine Schusswunde, Hinrichtung. Okay, let's go. Lol, guck dir das mal an. Jetzt sogar, wo, wo die Leute wohnen. Äh, ja, mach auf. Das ist alles über mich. Das sind die Krankheiten, die Krankenakten. Persönliches Gesundheits- und medizinisches Formular von Jamie Tiergen, heißt die. Geboren am 7. August 96, weil ähnlich zu Gerechtigkeit afroamerikanischer Blutgruppe A+, Braun, 1,65 groß, ist 58 Kilo. Name des Krankenhauses, Running Waters Medical Center und so weiter. Anstellung, London Entertainment, das wissen wir auch alles. Keine Erkrankungen, keine Allergien. Keine handschriftlichen Anmerkungen, selbstzerstörerische Tendenzen, impulsiv. Gucken wir mal bei Kate. Kate Wilder. Wilder. Zugehörigkeit Kaukasisch, 0, negativ, 1,64, ich gucke gerade nach Krankheiten oder Allergien oder sowas. Paroxetin, Anfangsdosis, 20, was? Medication, achso, was die verschrieben bekommen hat. Einmal täglich, Erhaltungsdosis, 20 bis 50 Milligramm, Oral, Maximaldosis 50 Milligramm. Patientin hat die Medikamente am 23. Februar zugunsten von Naturheilmitteln abgesetzt. Chronische oder wiederkehrende Erkrankung, Angstzustände, Allergien, Penicillin. Uh, das könnte man sich vielleicht versuchen zu merken. Das ist scheiße, wenn du gegen Penicillin allergisch bist. Rezidivierende PTBS. PTBS, also war das PTSD? Okay. Penicillin habe ich auch, ich fühle Kate. Posttraumatische Belastungsstörung. Ah, Dankeschön. Penicillin merken. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, als könnte man mal versuchen, sich zu merken, dass Kate gegen Penicillin allergisch ist. So nach dem Motto Spritzen schlucken lieber nicht. Oh, du bist auch hier runtergekommen. Sollen wir wieder hochgehen? Ich glaube, wir sind hier durch. Wenn ich einfach mal die ganzen Server da ausmachen, dann geht doch nichts mehr, oder? Also nicht mit ausmachen, eigentlich kaputt machen. die Korde, die haben wir uns noch nicht angesehen. Er analysiert uns. Jep. Krass. Also das machst du ja auch nicht mal eben. Er hat das wirklich wochenlang vorbereitet. Ich glaube, damit sind wir durch. Die Pizza-Taxi-Werbung? Kann man da gucken? Nö, nicht wirklich. Oder muss man hier für das gucken und dann... Ah. Joa. Chicago-Taxi. 5-5-5-2-4-2-4. Vielleicht würde ich ja da eine Pizza bestellen. Ja, aber ich glaube, hier unten sind wir durch. Kommst du? Wir gehen wieder hoch. Jetzt hätte ich mich gerade gehört. Wer ist denn schon alles tot? Ach, Johnny, ähm... Aaron ist leider gestorben. Ne? Diese Zwei-Kammer-Geschichte, wo ich gesagt habe, ich mache einfach nix. Das Spiel gedacht hat, ähm... Nö, wir töten jetzt Aaron. Ähm... Und Charlie ist gestorben mit dem Grinder. Da habe ich wahrscheinlich zu langsam reagiert. Danke. Kate... Ähm... Ähm... Mark... Mein Gott. Genau. Kate, Mark und, äh... Jamie leben noch. Das wäre irgendwie cool, wenn ich die durchbringen könnte. Obwohl da noch einige Szenen kommen. Die Bilder haben. Pample 1G. Dankeschön für elf Monate. Äh... Frozone. Hat da auch ein Jahr voll gemacht. Vielen Dank. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Blaupause an. Da steht sogar aufgelistet, welche... welche Wände verschiebbar sind. Das hier. Damit bewegt der Wände und macht seine Tricks. Nichts in diesem Tricksloch ist echt. Er kontrolliert alles von hier aus. Das ist eine Mordfabrik. Er... Wir sollten das gegen ihn verwenden. Mark finden. Nicht die Mets Spiel spielen. Wäre er eingesperrt, könnten wir Mark suchen ohne ständig über die Schulter schauen zu müssen. So blöd finde ich das jetzt nicht. Aber... Warte, 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 warte. Wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche Knöpfe zu drücken, oder? Oh... Ich kriege... Oh nein. Warum denn? Was kann schon passieren? Okay. Er ist hier drin, ja? Wir bringen ihn dazu, den Flur langzugehen. Und wir schließen vor und hinter ihm die Wände. Fünf und sechs schließen wir. Dann kann er nicht mehr raus. Steigt fest. Okay. Aber wie willst du ihn dazu bringen, den Flur langzugehen? Jemand von uns muss... Köder sein. Nein. Nein. Keine Chance. Das ist zu riskant, Jamie. ihn rumlaufen zu lassen auch. Das ist sogar noch gefährlicher. Komm schon. Hier gibt es keine zweiten Chancen. Das ist mein Plan. Jetzt weiß ich, wie es zu der Vorordnung kommt. Wenn du meinst. Aber... Wenn du glaubst, es wird nicht klappen. Hau verdammt nochmal ab. Hab verstanden. Aber schnell genug, denn sonst wirst du von der Wand zerquetscht. Okay. Zuversichtlich nimm du ihn. Nervös, den brauche ich. Du könntest ihn zur Not als Waffe nutzen. Ich behalte ihn mal. Wird ihn eher brauchen. Oh, das war für irgendwas entscheidend. Okay. Will ich sentimental werden? Gehen wir es an. Halt dich an den Plan. Natürlich. Wie kommen wir hier raus? Der zweite Stock ist noch nicht fertig. Okay, denk dran. Fünf und sechs. Okay, ja? Du musst genau Zeit, damit du ihn erwischst, nicht mich. Okay. Jetzt oder nee? Jetzt spielen wir Mark, oder? Nee, wir spielen tatsächlich Jamie weiter. Ei, 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 ei. Jetzt sind wir endlich wieder in diesen tollen Gang, die laufen auf und zu gehen. Da ist eine Münze. Hier habe ich doch genau gesehen. Weiß immer noch nicht, wofür die sind, aber... Ja, kommt schon. Ich habe mir die Münze angesehen. 53. Münzen. Äh, ich hoffe, man muss sich jetzt nicht irgendwie auf der Karte merken, wo man langrennen muss, oder so. Also, ich hoffe... Oh, das ist für Prinzessin. P-Jomini, ja, das kann natürlich sein. Die Halle runter rechts halten. Wieso ist der... Okay. Die Halle runter rechts halten. Leih? Ich dachte gerade erst, das Ding hat geblinkt. Die Halle runter rechts halten. Dann hier rechts. War das auf der Karte? Warte mal, wenn du dir jetzt schon nicht mehr sicher bist, wie soll ich mir denn dann sicher sein? Oh Gott. Ich weiß auch gar nicht, welche Tasten überhaupt vorkommen, ne? Also, okay, wir haben festgestellt, linke und rechte Maustaste und... Die weiße Seite drücken. Hallo? Oh. Ah, ich dachte, da wäre ein Bild. Ach, nur links und rechts. Okay. Ich dachte, hier... Oh, nein. Ach, ich erschreck mich nicht. Tu ich nicht. Warum ich mit Maus und Tastatur spiele? Ich habe versucht, den Controller anzuschließen. Das möchte Windows aktuell nicht. Ich müsste den Computer neu starten. Das heißt, ich hätte den Stream unterbrechen müssen. Das wollte ich nicht. Okay, let's go. Mehr Räume geplant. Mhm. Da hinten ist ein Bild. Hab ihr jetzt schon gesehen. Da hinten... Das heißt doch bestimmt eine Vorordnung, oder? Ne, es sieht aus wie ein Baum. Und nicht wie von einem Menschen. Ah, schade. Upp. Was haben wir denn da? Münze! Was ist mit den Münzen? Für den Kurator sind die aber nicht. So, das gab es vorher nicht. Okay, wäre die Türe nicht zugegangen, hätte ich mich jetzt hammerhart erschrocken. Aber ich habe mehr auf die Tür geachtet. Ja, das war ein straffer Gang, das ist richtig. Ähm. Ich wollte mal den Gang reingucken, fällt mir gerade ein. Wegen, äh, hier Vorahnungsbilder oder so. Ahahahahaha! Okay, Mark erstickt. Inferior Meatus ist die... Was ist denn das? Ist das die 8 oder die 9? Kann ich nicht sehen. Eins von den beiden. Mark erstickt. Oh, gut. Hab sie. Dankeschön. Für 30 Monate auch schon. Wie viel da mal zusammenkommt. Okay, du bist gerade sehr straff von hier nach da gelaufen. In der Ecke stehst du jetzt aber nicht. Da können wir öffnen. Hier nicht. Keine Dokumente. Okay, da auch nicht. Hier können wir auch nicht öffnen. Okay. Die entscheidungsfreiheit in diesem Spiel ist jetzt nicht so heftig. Was heißt denn Mist? Achso, das heißt Mist. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich hab feuchte Finger. Okay, linke Maus, das ist die rechte Maus. Das ist die linke Maus. Das ist immer da. Ah, siehst du mal. Alter, es geht aber echt schneller als mit der Taste. Wegrennen oder bluffen? Was heißt denn bluffen? Hey, die soll doch rennen. Die soll den doch in die Pfanne locken. Natürlich rennen wir. Bluffen. Ich versuch doch nicht, den in seinem eigenen Haus zu verarschen. Natürlich rennen. Ha, bluffen und da stehen bleiben. Super. Das ist nicht dein Ernst. Nee, nicht verzweifelt sein. Schliess sie. Schliess sie, verdammt. Ach, lol. Nein, nein, noch nicht. Wie, nein. Yes. Easy. Ich dachte gerade, sie will mit ihm reden. Und weil wenn du rumholst bei dem, dann kriegt er ja erst seinen Kick. Okay, linke Maustaste, rechte Maustaste ist dann tatsächlich noch nicht so kompliziert. Fuck my life. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, klopfen hilft. Ähm. Wait. Nicht da reinlaufen. Der will, dass du da reinläufst. Der läuft einfach im Kreis. Oh. Warum? Fallt ihr immer hin? Das mag ich gar nicht. Schon wieder? Ja? Jamie, stopp. Scheiße. Oh, Leute. Was ist das? Ein Knopf. Mit einem Umkehrsymbol. Was macht er? Mist, nein. Das ist die Wand. Weg da. Weg. Kann ich doch irgendwann mal was machen. Ich glaube, wenn ich das drücke, ändert die Wand die Richtung. In meine Richtung, meinst du? Ja. Das wird mich töten, wenn ich nichts tue. W-w-warte. Ich weiß. Und wenn ich ihn drücke, dann wirst du sterben. Oh, verdammt. Genau das will er haben. Er will, dass wir uns entscheiden, wer von uns beiden sterben wird. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Also, warte, 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 warte. Also, wenn wir den... Warte, 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 warte. Äh, Sammlungen. Wenn wir den Knopf drücken. Äh, Moment. Wenn wir ihn nicht drücken. Das... Ne, die war das nicht. Wenn wir ihn nicht drücken, passiert das. Wenn wir ihn drücken. Für Kate haben wir keine. Die hat den Schraubenzieher. Meint ihr wirklich, der fucking Schraubenzieher bringt was? Okay, Chat. Ihr sagt, die hat den Schraubenzieher. Die hat den hier in der Vorahnung, weiß ich nicht. Vielleicht... Ne, die hat den nicht in der Hand. Oder ihr lässt den fallen. Wer weiß. Okay, ich werde nicht drücken. MacGyver würde mit dem Schraubendreher arbeiten können. Ja. Der Rabe eben hat die Entscheidung gegeben, nicht zu drücken. Wisst ihr noch, wer den Schraubenzieher kriegt? Da kam dieses Entscheidung getroffen. Okay, zerknirscht. Ich will nicht sterben. Ich spiele sein Spiel nicht. Ich spiele sein Spiel nicht. Ich kann das nicht. Ich mach das nicht. Ihr habt keinen fucking Schraubenzieher, da haben Freunde. Ihr habt keinen Schraubenzieher. Jamie? Da ist kein Schraubenzieher. Ich spiele sein Spiel nicht. Sag allen, ich wollte es so. Und wenn ihr die Bett irgendwie kalt machen könnt, tut's. Versprich's mir. Ich... Ich versprich's. Nein, fuck. Nein, Gott. Oh, fuck. Danke. Danke. Bitte überlebt, Kate. Wait. Das... Hm. Was für ein kwalvoller Tod aber auch. Jamie hat den Knopf nicht gedrückt. Sie hat sich selbst geopfert, um Kate zu retten. Oh, das ist zwölflich. Menschen sind erstaunliche Wesen. Jamie hätte Aaron retten können und tat es nicht. Äh, wie Jamie... Dem Tod. Sie musste ersticken ohne Sauerstoff. Ach so, Aaron. Oh Gott, ja. Charlie. Da ist er dem Feuer entkommen, nur, um dann du mit in die Falle zu gehen. Hat mein Hinweis von vorhin geholfen? Ja. Möchten Sie einen weiteren? Ja, der hat mir super geholfen. Äh, pfff. Ey, wenn du schon so gönnermäßig drauf bist. Ja. Fass mit diesem Pfeil los. Hier, ja. Mal sehen, was Sir Arthur dazu sagt. Der gute Sir Arthur. Das ist aus Der Mann mit der entstellten Lippe. Aha. Sollten Sie. Ja. Ein Freund, dem man vertrauen kann, ist immer nützlich. Und ein Chronist umso mehr. Der letzte Teil klingt ganz nach mir. Fahren Sie ruhig fort. Hoffentlich mögen Sie unsere Gespräche. Ich will nicht einschüchtern, sondern helfen. Ich beobachte, was Sie tun. Wie immer. Beobachte. Voller Spannung. Ich glaube nicht, dass der Knopf automatisch gedrückt wird, weil sie zerquetscht wird. Ah! Wie scheiße ist passiert? Der fucking Schraubenzieher! Oh, dieses Arschloch! Als ob! Komm! Ich möchte nochmal kurz festhalten, ja? Als dicker Mensch wäre ich draufgegangen. Es sei denn, du bist so dick wie ein Schraubenzieher. Ne, wenn du dicker bist wie ein Schraubenzieher, dann hast du schlechte Karten. Also, was ist das für ein Schraubenzieher? Der ist doch höchstens so lang. das heißt, Jamie ist confirmed so breit. Rechne die Tür mit ein. Stimmt natürlich. Es war wirklich ein anderes Knacken. Ach Gott. Nice. Well played Schraubenzieher. Schraubenzieher. Das muss ein deutsches Produkt sein. Da hast du vollkommen recht. Hast was gut? Ja. Jetzt macht die Tür wieder auf. Wie, die lässt jetzt diesen scheiß Schraubenzieher da. Die hätte den Schraubenzieher nicht in den Namen gehabt. Leute, nehmt den doch mit. Warum denn? Ach, komm. Schrei doch nicht so. Ich glaube, sie hat den Schraubenzieher da gelassen. Ist der wirklich traurig? Ach ja, klar. Es gab ja Vorahnungen für draußen. Le. 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 Hat der echt die Kamera wieder? Das wäre aber strange. Weil die Kamera ist mir leider wo reingefallen. Okay, Mark ist draußen, aber noch nicht weg. Das ist wichtig. So, wir spielen jetzt Kate. Kate und Jamie wäre schon ganz gut. Oh nein. Daddy's home. Was muss man für Tasten eigentlich bei diesem Atem anhalten drücken auf dem PC? Wir werden es erleben. Ähm. Fuck you. Schubst die Mohn nicht da runter. Treten, treten. Bäm. Das Messer ist weg. Das Messer ist weg. Ist gut, oder? Ähm. Ich konnte den Schnitten gerade nicht ganz folgen. Oh mein Gott. Okay, wir werden, glaube ich, jetzt erleben, was man drücken muss. Einatmen. Zwei. Welche Taste denn? Drei. Vier. Und. Fuck. Atme einfach. Menschen haben so eine innere Stimme, da müssen die nicht reden. So. Das. Das soll funktionieren. Rechts. Rechts. Okay. Easy. Wehe. Du machst jetzt den richtigen direkt auf. Dann Cheater Report. Oh nee, das ist das Ding aus der Vorahnung. Ähm. Hat er jetzt gedacht, der schreckt die auf? Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Bleiben wir wirklich da drin? Der haut da ja volle Kanne rein. Ablenkungsmanöver bitte jetzt. Also, ja. 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 Genutzt. Komm, ich habe den jetzt oft genug geschafft. Geh. Lass die arme Ratte in Ruhe. Also, wegrennen finde ich jetzt gerade irgendwie doof. Der steht doch direkt davor. Lass doch nochmal kurz in die Bilder gucken. Da hat er viel. Das ist doch dieses Rohr. Dafür haben wir keine Vorahnung. Scheiße. Ich bitte für bleiben. Der läuft da direkt davor rum. Also, ich werde bleiben. Oha. Oha. Ja, genau. Cheetah. Okay, wegrennen oder verstecken. Gerade war verstecken scheiße. Ich bin für Rennen. Ja, der hat echt Wallhack. Also, nee, Rennen. Also, gerade war verstecken scheiße. Ich denke, wegrennen ist einfach nur, dass du diese Ereignisse hier schaffen musst. Oder auch nicht. Holy shit. Oder auch nicht. Haha! So, und jetzt? Keine Ahnung. Mach keinen Mist! Achso. Nein, nein! Lassen Sie die Finger von mir! Oh, lol. Fliehen oder retten. Sie hat was gut. Wir müssen die retten. Ja, also, Jamie hat eben den Tod auf sich genommen. Jetzt einfach zu sagen, tschüss, wäre schon ein bisschen krass. also, da können wir nicht, können wir nicht machen. Er geht nicht. Hiya. Okay, retten. Jamie! Warte mal, was war das denn gerade? Boah, Schwertkampf. Leute, das war der gleiche Button. Habe ich ein Glück gehabt. Die haben den gleichen Button wie nach dem Schnelldrücken genommen, wenn es rechte Maus gewesen wäre, wäre ich draufgegangen. Ich würde jetzt noch fünfmal draufhauen. Ich nehme jede einzelne Überschimpfung zurück. Du bist meine verdammte Heldin. Ich dachte, wenn du stirbst, wirst du mich verfolgen. Ähm. Ach, wie der war. Wollt ihr nicht so eine Eisenstange nehmen und noch mal ein bisschen reinpoken, so? Gott, verdammt. Dass du sowas kannst, Respekt. Ich. Danke. Das Arschloch ist tot. Der ist nicht tot. Niemals. Wir müssen hier immer noch weg. Ohne ihn auf den Fersen wird das viel einfacher sein. Also mit Punkten meine ich wirklich so richtig einmal. Ihr lasst hier nur jetzt nicht einfach da liegen. Ich hasse es. Das ist einfach fucking Michael Myers. Okay. Guter Tipp. Ja, wurden gerade irgendwelche Szenen, glaube ich, übersprungen? Diese Ladesachen. Oh. Nee, nee, nee. Okay, ab hier wissen wir gar nichts mehr. Selber schuld, ja. Anstatt ewig lange quatschen, hätten die dem auch die Birne zertrümmern können. Ach, komm. Das war ganz schön lange Szene. Alles klar? Ich lebe noch. Jinx. Okay, jetzt können wir steuern. Entkommen aus dem Labyrinth. Ja, schön. Also es gibt Taktiken, aus Labyrinthen rauszukommen. Ich weiß aber nicht, ob das die Besten sind, während irgend so ein abgeranzter Killer hinter einem herrennt. Ja, entweder links, links, links oder rechts, rechts. Also immer links oder immer rechts. Bis du nicht mehr kannst. Das Problem ist, ich wette, der hat hier draußen auch Kameras. Jetzt fang nicht an, mit dem Weg zu stehen. Aber die sind doch hierher gekommen, oder nicht? Okay, wir gehen ab hier immer rechts. Doch. Lol, da ist ne Vorahnung. Okay, er ist wieder im Haus und hat... War das ein Gewehr? Oder ist das ein Knüppel? Boah, das ist schwierig zu erkennen. Also es könnte auch ne Axt... Ne, ne Axt, richtig. Wo sieht man denn da die... Aber wo sieht man denn da die... Die Klinge? Okay, ne Axt. Der Mörder hat jetzt ne Axt. Okay. Klassischer Axtgriff. Oh, okay. Er hat ne Axt. Ja gut. Also ich meine, entweder hat er Messer oder irgendwas einen umzubringen, hat er so oder so. Da ist gut, hier können wir rechts. Okay. Das ändert die Lage wieder ein bisschen. Da würde ich aber nochmal zurückgehen und gucken. Wenn du sagst, geht nur hier durch, würde mich interessieren, was denn hier ist. Also so. Münzen. Ja, die Vorahnungen finde ich teilweise, sie sind halt sehr kurz. Du musst ganz schnell realisieren, was passiert da überhaupt. Der ist halt irgendwo wieder drin und hat ne Axt in der Hand und mehr weiß man halt nicht. Also die haben ja nicht alle mit Leben und Tod zu tun. Ohne dieses Stacheldraht könnten wir einfach rausklettern. Ha! Ja, das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Ohne dieses Eisentürding könnte er einfach rauslaufen. Oh, das da sieht aus wie diese Grand Final oder so. Ja, Moment. Nee, da sind die da hergekommen. Der hat hier zugemacht. Der Wicht. Also man braucht jetzt doch keine Kenntnisse haben irgendwie über so ein Labyrinth. Gibt halt nur einen Weg. Okay, man ist schneller runtergefallen als ich dachte. Marc ist doch auch draußen. Also mal sehen, ob wir den noch treffen. Als ob man da nicht drüber klettern kann. Scheiß mal auf Stacheldraht. Ja, ich glaube Stacheldraht ist schon sehr übel. Also ist ja nicht umsonst überall immer Stacheldraht. wenn er sich einmal in dir drin verhakt, dann ist schon nicht so angenehm. Die Vase? Was ist denn mit der Vase? Große Vase. Nee, aber die kann man nicht benutzen. Besser als Klingdraht oder wie es heißt. Ja, wo das nicht die kleinen Stacheln sind, sondern diese kleinen Blades, die da drauf sind. Gibt schon Leute, die haben sich kranken Scheiß anfallen lassen. Da blinkt was. Oh, die Kade! Lol, als ob. Das Labyrinth war wohl mal ein schöner Garten. Früher. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie die Aufgabe des Spielers ist, sich das irgendwie zu merken, zumal man auch nicht wirklich weiß, wo man ist. Ich würde mal, wenn, darauf tippen, dass wir da stehen. merkt, wie jetzt. Ja, genau. Also die Frage wäre ja alleine schon mal, welche Richtung ist da, wo wir hergekommen sind? Entweder irgendwo hier. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Und Werbung? Wie kriegt ihr denn eigentlich, das verstehe ich nicht, wie kriegt ihr denn im Stream Werbung? Die müsste ich doch aktivieren. Also vorm Stream ja. Du wirst von unten links bekommen. Von da, ne? Oh. Ja, ja, das ist Twitch auf jeden Fall. Also, wir haben das ausgestellt. Auch wegen Friendly Fire. Alles an Werbung aus und die Werbung vorm Stream, die kannst du halt nicht ausstellen. Twitch sagte trotzdem Werbe. Okay, habt ihr aber nichts verpasst. Okay, Herbie. So, genau. Hier sind wir hergekommen. Das heißt... Ähm... Rechts und dann links. Dann stehst du... Hä, aber aus dem Raum hier gibt es auch nur einen Ausgang. Angezeigt wurden da eigentlich mehrere. Also, ich weiß halt nicht, ist das hier ein Ausgang? Da auf jeden Fall. Äh... Das ist sehr seltsam. Er steht doch gleich bestimmt wieder plötzlich vor einem. Das habe ich erwartet. Kein Problem. Und, äh... Da ist mal wieder so ein... Puppenschauspiel. Puppenschauspiel. Ihh... Die küssen sich. Ne, tun die gar nicht. Die tanzen... Die gucken sich da einfach nur an. Oder wo siehst du deine Berührung? Ja. Also, Jamie ist ganz gechillt. Mich würde schon wahnsinnig machen, dass ich so wenig sehe. Dann kommt noch der kleine Grund hinzu, dass da irgendein Spacken rumläuft, der einen umbringen möchte. Aber hier gibt es doch nicht... Was? Eine Sackgasse. Das hätte einen Weg raus sein sollen. Äh? Aber... Ähm... Äh... Da drauf und dann da hoch? Das ist keine Option. Also, ich meine... Dein Leben steht auf dem Spiel und... Ich würde es zumindest ja mal versuchen. Na gut. Also, auch so nach dem Motto Hilf du mir hoch und ich ziehe dich dann hoch. Naja. Ja, ist doch viel zu anstrengend. Würde ich mir... Ach. Äh... Aber warte mal, dann habe ich gerade irgendwie kurz die Orientierung verloren, weil hier sind wir hergekommen. Hier war ich jetzt schon dreimal drin. Wenn die Höhe ist, fände ich viel anders als hier. Und hier ist extra sogar Stacheldraht vor. Damit man da nicht nochmal hoch... Oder war das da gerade auch? Habe ich das übersehen? Man könnte... Das stimmt, wenn die sich dreckig macht. Das geht gar nicht. Äh... Und hier war ich doch gerade. Was habe ich übersehen? Also, hier ist doch nur noch dieser kleine Gang. hier sind wir hergekommen. Hä? Aha. Mehr Vasen. Na, nichts zum benutzen. Da standen Stühle. Das sieht aus, als würde es da weitergehen. Ob ich jetzt mal frech, deswegen würde ich... Jemi, Jemi, das... Komm schon, lass mich mal da durch. Das ist noch ein Stuhl. Und... Teddybär und Pferdchen. Finde ich aber nett. Wenn die Kinder sich verirren haben, die werden jetzt noch was zu spielen hier. Das ist ekelhaft. Hab ich was verpasst? Was ist ekelhaft? Was? Was ist denn ekelhaft? Okay, wir könnten rechts rein oder geradeaus weiter? In Drecke treten. Sie mag keine Steine. Iren. Ja, irgendwas muss da vorgefallen sein, also... Ist der Hundekacke getreten oder so? Ich weiß gar nicht, was die meint. Aha, ein Schachbrett. Schachmatt. Was soll der Hinweis sein? Vielleicht konnte der Charakter weiter gucken, als ich gerade. Ihr habt das ja... Oh, stimmt. Ihr habt das ja eh ein bisschen heller als ich. Das Bild habe ich jetzt aber auch schon ein paar Mal gesehen. Also dem Hotel würde ich ja anderthalb Sterne maximal geben. Zimmerservice ist richtig scheiße. Ok, hier sind doch sehr viel mehr Ecken, als ich dachte. Mist. Das ist nicht gut. Personal ist ja unfreundlich. Ja, das stimmt. Lobend zu erwähnen ist, dass die sehr häufig mal nach einem sehen. Also... Persönliche Begrüßung ist auf jeden Fall on point. Wobei ich das nie verstanden habe. Das würde mir... Wenn so ein Hotel dann irgendwie ein paar Sachen googelt und dann schreibt so... Oh, es ist schön Sie wieder begrüßen zu dürfen. Wir haben irgendwo rausgefunden. Wir haben rausgefunden, Sie mögen weiß die Schokolade, deswegen haben wir Ihnen alle reingetan. ein Problem. Nur, wenn es mir gerade beschissen geht, dann glaube ich manchmal, es geht irgendwie allen so. Ich weiß. War gut. Gelesen? Ja, ja. Hab's ganz durchgelesen. Ist das dein Ernst? Ja, Handlung gab's zwar nicht so viel und kaum Charakterentwicklung, aber im Großen und Ganzen war's gut. Ja, hier steht da von einem gruseligen Schaukelpferd. Okay. Weil die Ecke hatte ich nur im Kopf hier wollen wir nicht. Aber er hat's wahrscheinlich noch nicht mal aufgeschlagen. Hey, der hat's weggeworfen. Das hab ich schon mehrfach in der Hand gehabt. Ja, weil dann dann googeln die immer irgendwie ein Kram oder so und dann kriegst du irgendwas und hier haben sie eine kleine Aufmerksamkeit. Ja, dankeschön. Dafür zahle ich auch 1500 Euro oder so für Zimmer. Naja. Hab ich auch noch nie gehabt. Oder? Ey, meistens sind es die Veranstalter von irgendwelchen Veranstaltungen. Okay, hier könnte mal wieder was abgehen. Ähm. Du bist eine Puppe, oder? Ja. Puppe, Puppe. Oh, Pappmaschie. Was haben wir denn? Warte mal. Die konnte ich doch gerade benutzen. Hier. Okay. Schick, schick. Diverse Puppe. Wer kann hier machen? Ah. Entschuldigung. Dankeschön. Da steht doch noch eine geile Flasche Dom Pérignon oder so. Wollt ihr die nicht mitnehmen? Die kannst du dir zumindest über den Schädel ziehen. Also. Na gut. Cécile hat geschrieben. Danke. Danke. Ich weiß, er ist dein Sohn, aber ich habe dich deinetwegen geheiratet und nicht deines Sohnes wegen. Außerdem liegt es in der Verantwortung deiner Ex-Frau, ihn davon abzuhalten, etwas Dummes zu tun. Nicht meiner. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich wegen dieses Ausflugs jetzt schon depressiv. Ich hatte etwas anderes im Kopf, als du meintest, du würdest mich auf eine geheime Insel entführen. Mir ist es egal, dass er Harrison Lee, der berühmte Horrorautor ist. Du arbeitest nur für ihn. Du musst nicht auch noch mit ihm Urlaub machen. Ach, du arbeitest nur für ihn. So. Können wir etwas Zeit nur zu zweit verbringen? Cécile. War nicht mal ein Hinweis. Also es ist nicht mal in unsere Datenbank aufgenommen worden. Okay, wir sind angekommen bei dem Pärchen. Ist das da? So will ich einfach gehen? Einfach so ignorieren und weitergehen? Da ist ganz schön viel. Ah. Ich mach das mal hier. Geh mal hier rum. Ganz schön eng hier. Was ist das denn? Da ist gar nichts. Hier sind die ganzen Kabel. Das da sieht doch ganz gut aus. Krass, hier ist halt schon wieder einfach an der Ecke. Ist hier irgendwas? Münze oder so? Ja. Das ist doch eine Münze, ne? Yes. Oh, die hat aber viele Löcher. Goil. Eine 10er Münze. Okay, was haben wir hier gefunden? Ach lol. Das wird von hier oben bedient. Was haben wir denn da? Schublade? Ja. Sieht aus wie eine Schublade. Könnte man auch gut in Leute reinrammen. Was hat er denn jetzt mitgenommen? Ach ne, er ist aus dem Schaltkasten. Ach so. Ja klar. Man muss natürlich immer den Schaltkasten aktivieren. Oh. Es ist zu. Aber dahinter ist nochmal eine Mauer mit Stacheldraht. Eine Schimmgabel. Ja genau. Ja, man muss ja immer den Strom anmachen eigentlich, damit der Kram überhaupt funktioniert. Ja, was bringt einem das? So, dann kannst du dir halt den Quatsch da wieder angucken. Das will ich doch gar nicht sehen. Na gut. Der Schaltkasten müsste doch eigentlich Hab ich den? Den hab ich doch gar nicht gesehen, oder? Ist der da bei den bei den Tanzfiguren? Einmal außen rumlaufen. Ist doch auch Strom. Das bringt dir, dass der Mörder weiß, wo du bist. Exakt. Anders könnte der nämlich diesen ganzen Kram überhaupt nicht triggern. Da ist er. Okay, bevor wir den aktivieren. Wobei ich werde wahrscheinlich eh zurücklaufen müssen. Gehen wir nochmal hier rein. Okay, hier ist ein... Wow. Der war schnell gedreht. Hier ist nix. Nebenkostenrechnung, ach pfff. Wir können mit denen aber auch nicht interagieren, so nach dem Motto, guck dir das jetzt schon mal an oder so. Nein. Gut. Bisschen strange, aber dann machen... Ne, halt, halt, halt. Amy? Amy? Ich spieße mich. Danke. Alter, ich bin auch zehn von zehn smart, ne? Ich wollte jetzt die Knöpfe drücken gehen. Denn ich habe ja gerade den Schaltkasten gefunden. Er hat sich einfach telepathisch aktiviert, Leute. Ah, on, off. Marke on. Nein, nicht pass auf hinter dir. Danke, Oberlix. Alles gut. Untersuche den Schalt... Untersuche den Schaltkasten? Hab ich. Amy, lass mich mal da durch. Ja, jetzt können wir gleich wieder drei Knöpfe drücken und, äh... Vorhang eins, bitte auf. Äh. Hallo? Links-Klick. Danke. Also das geht... Ah. Okay. Oh. 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 Jetzt bringt das nichts mehr, das zu drücken. Ich kann jetzt noch nicht mehr zu... Doch, kann ich wohl. Höh. Okay. Oh, Gott. Wow, da kann man runterfallen. Kamera ist 10 von 10. Viel zu nah dran. Okay, dann drücke ich halt den dritten Knopf noch. Oh, moin. Uuuuh. Geheimgang, I like. Was ist mit dem dritten... Drei Knöpfe? Zwei drücken, macht mich irre. Ich wollte nur mal gucken, ob... Man jetzt irgendwas Spezielles sieht. Hopp. So, Jamie, du bist dabei, ne? Jetzt gehen wir mal wieder rein. Ähm... Also... Das ist ja toll. Eben noch gefreut, dass man endlich mal draußen ist. Sind wir jetzt wieder in diesem scheiß Schimmelhaus. Und Jamie hat sich eigentlich einfach schon dahinter deportiert. Okay, das ist hier so kaputt, als würde der hier mit einer Angst rumlaufen. Zeitung lesen. Ja, das sollte man hin und wieder ja mal tun. Guten Morgen, Chicago. Wir beginnen unsere Sendung heute mit einer Eilmeldung. Die Polizei hat nun bestätigt, dass es sich bei der Leiche, die beim Brand in einer verlassenen Lagerhalle im Stadtteil Fulton River gefunden wurde, um den vermissten FBI-Agenten Hector Monday handelt. Aha. Monday wurde als der Killer-Agent identifiziert, dessen jüngste Mordserie die Einwohner von Chicago in Angst und Schrecken versetzt hat. Ein Sprecher der Polizeibehörde Chicago bestätigte, dass Monday vier Morde begangen hat. Eine davon gestern Abend. Es handelt sich um den Polizisten Patrick Stanley, einen erfahrenen Beamten mit 22 Jahren Berufserfahrung. Das Feuer wurde heute Morgen gegen 5 Uhr unter Kontrolle gebracht. Die geborgene Leiche war durch Verbrennungen völlig entstellt. Doch die Polizei konnte Monday anhand zahnärztlicher Unterlagen identifizieren. Hm. Ja, weil am Anfang hätte ich nämlich gedacht, boah, der hat einfach seinen Tod gefakt, aber... Durch Zähne ist schon echt schwierig. Fake-Zähne. Und das ist aber, glaube ich, echt schwer. Aber, ja. Hat sich einfach einen gezogen. Ja, aber... Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich habe ganz... Also, zumindest Teilgebiss gefunden. Da steht eine halbe Tasse oder so. Was ist das denn? Da fehlt einfach die Hälfte. Ja, Jamie, wo kommen wir denn hier raus? Jetzt willst du einen trinken? Münze. Das kriegt man, wenn man nur eine halbe Tasse... Ach, so. Guck mal, hier steht schon wieder so eine Flasche Shampoos. Aber die ist offen. Hier steht übrigens wieder nur so eine halbe Tasse. Glas. Whatever. Hier können wir nichts interagieren oder... Nee. Das ist die andere Hälfte. Jo. Okay. Ich denke, dadurch geht es auf jeden Fall weiter. Richtig. Kriechen. Ja. Hier war gar nichts auf der Seite, außer... Na gut. Die sind doch erstaunlich ruhig geworden, die beiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gehen wir mal durch. Komm, Jamie. Oh no, man muss kriechen. Ich weiß ja nicht, ob sie... Jamie? Ist nur da. Ja. Sehr gut. Okay. Hier ist nichts, außer ein paar alten Fässern. Ich würde natürlich jetzt ganz gerne nach oben gucken können, um zu wissen, wo man da hinkommt. Aber es bleibt uns eh nichts anderes übrig, als da hoch zu klettern. Von daher, hydrieren nicht vergessen. Die machen erst wieder Kaffeekränzchen, wenn der Typ hinter denen ist. Ja. Dann wäre da Zeit für... Boah, vielleicht könnte es einen Killer so auch einfach 10 von 10 verwirren, indem du mir einfach jetzt so eine Tasse Tee anbietest. Dann weiß der gar nicht mehr, was der darauf antworten soll. Und dann hackst du dem den Kopf ab. Oh, ja okay, draußen. Ich wollte gerade sagen, da war doch eine Hand. Entkomme aus dem Garten. Ja. Also, Labyrinth scheinbar geschafft. Hallo. Ich würde hier mal einen Blick reinwerfen. Kurt Hall. Publizist. Gut, dass er das übersetzt hat. Jetzt bin ich bei jeder Tasse Tee skeptisch. Die sagen, ja, du bist ja kein Killer. Oh, lol. Das ist die Sonnenuhr, wo der drauf gestorben ist. Die habe ich mir aber irgendwie größer vorgestellt. Also, ich meine, klar, wenn du aus einer gewissen Höhe da drauf knallst, ist es schon echt nicht geil. Aber habe ich mir irgendwie spektakulärer vorgestellt. Na ja. Moin. Ja, okay. Also, wenn hier dann jetzt nichts mehr liegt oder steht oder hängt. Ins Haus rein, denke ich, sind wir uns einig. Lassen wir. Aber hier ist tatsächlich nichts mehr, außer halt Kurt Hall, wie der gestorben ist. Aber auch das war kein Geheimnis. Wie haben wir denn da noch neu? Beasts Body Burgled. Many Shermans Leiche wurde aus ihrem Grab gestorben. Achso, ja. Hier haben wir einfach nur noch nicht gelesen. Sein Geisteszustand war Grund zur Sorge, da er besessen von dem Mörder war, gegen den er ermitteln sollte. Hector ermittelte zu dieser Zeit gegen den Chicago Killer. Ja. Zeitung aus, dass Hector mal neid tot aufgefunden wurde. Genau, den haben wir eben gesagt. Die Polizei bestätigte, dass es ein Killer-Agent war. Ja, ich weiß, wo da eure Zweifel herkommen. Ne, immer wenn es so ist, die Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Schwierig. Ich frage mich auch tatsächlich, wofür sollte man das Licht ausmachen? So. Hallo, Crispy. Dankeschön. Wait, 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 wait. Da steht er doch. Leute, seid ihr blind? Der ist da 100 pro bei. 100%ig ist der dabei. Ja, das sind Puppen, ich weiß. Aber der hat sich doch einfach dabei gestellt, oder nicht? Ja, Jamie. Ja, ist gut. Gut. Du hast das auch gesehen, ne? Hättet ihr jetzt mal noch den Schraubenzieher? Den hätte ich dem nämlich reingerannt, als er da runtergefallen ist. Ach, Mann. Ach, Leute. Jetzt gleich werdet ihr reingelegt und dann muss man wieder wegrennen. Okay, du bist ne Puppe. Du bist auch ne Puppe. Als wenn das Spiel einen wirklich das angucken lässt und dann erst... Oh mein Gott, das ist ja genial. Da hat er einfach reingelegt. Oh, da ist die Axt. Oh, weil mal... Oh, ich hab mich so erschrocken, dass ich mich verschluckt habe. Okay. Hui, der hat mich auch gehabt. Wir zählen da gerade an der Axt rum. Wusste, was passiert, hat mich trotzdem erschreckt. Ja, ebenso. Ich frage mich gerade, probieren wir es weiter, das da rauszuziehen? Weil ansonsten... Ähm, hat safe eher die Axt. Und... Ähm... Mein Gott. Da habe ich ein Frosch im Hals. Puh. Ich glaube, das sagt, dass du dich verstecken sollst, wenn es soweit ist. Okay. Boah. Kriege ich das denn auch? Warte, ich gucke mal unseren Stream. Leute. Ich gucke jetzt mal einen Zuschauer mehr. Ich habe jetzt wirklich... Ich habe immer so im Hals. Oh, der war so tief, den fühle ich immer noch. Oh, der war rührend. Also, ich habe gerade tatsächlich auch keine Werbung. Ich glaube, dass es, ähm, es kann userabhängig sein. Ich werde es mal, äh, beobachten. Ja, mein Stream ist offen. Puh. Okay, also. Zurück zur Situation. Kate. Werkelt da gerade alle Axt rum? Okay, hast du keinen Bock mehr drauf. Dankeschön, Leute. Ich prophe... Okay. Versperren oder wegrennen? Was? Das Problem ist, ich wüsste gerne, womit versperren. Also, mit Holz macht keinen Sinn. Oh, äh, das ist schon ein Schritt weiter. Er, also, versperren kann ich mir nicht vorstellen. Also, lieber wegrennen. Ja, wegrennen. Deswegen. Bonus-Inhalt freigeschaltet. Okay, wow. Weißt du, wenn ich da jetzt nicht durchkomme? Eins, zwei, vorsicht! Bitte, bitte tun Sie das nicht! Jump around! Oh Gott. Okay. Oh Mark Mark, den haben wir ganz vergessen Oh Lefex hat 10 Abos teigelassen, vielen, vielen Dank Oh Tod, ne Die sind nicht tot, du hast nicht gesehen, wie die gestorben sind Also Mark hat nicht die Kamera, der hat immer noch nur den, äh, OF Mark ist aus dem Haus rausgekommen, ist jetzt beim Swimmingpool Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Hinweis war, dass er eine Axt hat, aber ich denke mal, Vollstellen hätte jetzt auch nicht geholfen, der hat ja einfach die ganze Tür eingerissen Bisher ist ja auch noch alles okay, beide sollten noch leben Man hat nicht explizit gesehen, wie die gestorben sind, so wie bei Charlie oder Aaron Das sieht eher danach aus als könnte er da mit der Axt rumrennen Was steht denn da? Weiß ich nicht, irgendwas mit N? N? Ach, keine Ahnung Scheiß drauf Da steht Notice, oh mein Gott, du bist ja richtig smart Also ich weiß zwar nicht, warum man das auf eine Tür schreibt, aber Respekt Oh Nicht Respekt Jo, da ist die Lol Was liegt denn da? Ein Schlüssel Ey, scheiß mal auf die Hand Da liegt ein Schlüssel Da liegt ein Schlüssel, der ist für Ja Changing Room Ha, nice Äh, aber die Hand sieht irgendwie ganz anders aus Also das ist eine Puppe Aber die Hand Kannst du da nicht aufmachen? Könnte mal sein, dass hier irgendwo eine Münze auf dem Boden liegt Die sieht man ja nicht so schnell Aber scheinbar ist hier nichts Ja gut Äh, wo war das jetzt hier für? Nein Oh nein, die Tür ist zu Was könnte ich da wohl Mein Gott, benutzt doch da echt den Schlüssel Wofür wollte die Kamera her? Das ist nicht die Kamera, das ist nur das Blitzlicht Die Kamera ist, äh, ich sag mal in einem ungünstigen Moment vielleicht, äh, in Säurebad gefolgen Wo kurz vorher der Hinweis kam, man müsste ja Beweise sammeln Und dann war irgend so eine komische Zwischensequenz, wo ich auf den Chat geguckt habe und dann ist die Kamera Okay, das ist ja jetzt maximal scheiße Dankeschön, Leute Tesc und Excellent, äh, wurde, Excellent wurde begiftet, übrigens von Lefex Sister38 hat ein Jahr vollgemacht, Nosferatu, danke, 34 Monate auch schon, hallo Ähm Äh 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 Nee Sag mal Was? Der hat immer noch das Stativ auf dem Rücken, ne? Nicht erschrecken, nicht erschrecken Was ist hier passiert? Ja, könnte man ein Foto vormachen, wir aber nicht Chat war zu interessant, deswegen ist die Kamera pflücken gegangen, so sieht es aus Was war das? Nix Ratten Oder Asbest Äh Das war das Eichhörnchen Ich muss mit ihm aufpassen, so langsam kommen wir wirklich in einen Bereich, wo, ähm Wo die Vorhersage wieder zutrifft Was die? Relativ großkacheliger Raum, muss ich sagen Also das ist auf jeden Fall so eine Custom Shit Tür oder sonst was, wann die er wieder gemacht hat Der Lichtenring Harrison und Louis Lee, 21.06. Könnte sich Mühe geben und Bilder malen statt Ja Kannst dir auch kurz die Zeit nehmen, kurze Skizzen zu machen Ich hab von der Nummer eben schon eine laufende Nase Ohne Witz See! Oh Gott! Ah! Vielen Dank. Oh mein Gott, jetzt haben wir aber die ganze Nummer hinter mir. Dankeschön. Also seit ich mich ebenso erschrocken habe, als der Typ angeblich eine Puppe war, habe ich eine laufende Nase. Mein Auge tränt auch ein bisschen. Das Spiel macht echt Dinge mit einem. Oh. Ei, ei, ei. Ohne F... Das ist die Sonnen-Uhr. Kamerascheu. Das ist ein Achievement. Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden. Lol, die haben unterschiedliche Rahmen. Lol. Tatsache, die haben weiße Rahmen. Und die haben schwarze Rahmen. Das ist mir ja noch nie aufgefallen. Hä? Aber wo soll denn da der Unterschied sein? Hier sieht man nur Reaktionen, oder? Jo. Und hier sieht man... Warte mal. Aber hier hat man doch gesehen. Ne. Das sind nur so Hinweise. Auf das, was passieren könnte. Das hier ist alles das, wie die sterben. Oh. Oder war das die Sonnen-Uhr? Ich weiß es nicht. Aber es sah auf jeden Fall so aus. Ja, das Spiel hat einem hier gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Event, wo man schnell klicken muss, beziehungsweise schnell drücken. Verkackst du das? Dann das. Wobei mich das ein bisschen wundert. Das Ding ist doch bei ihm an der Stirn. Und dann drückt er ihn runter und dann hat er es in der Brust? Hä? Ah. Okay. Er stirbt. Also Mark hat leider noch sehr viel offen, wie er drauf gehen kann. Das ist jetzt nicht so geil. Die Rückseite... Ah, die Axtrückseite. Ja, stimmt. Aber, ähm... Also Mark hat jetzt auf jeden Fall noch zwei offene vergast werden. Und mit der Axt. Alter, als wenn du da notest... Äh, ja, okay. Mit viel Fantasie. Ich kann das nicht mal jetzt. Also... Respekt. Da geht's weiter. Hatten wir alles. Ich glaube, hier konnte man aber nichts mehr machen. Nee, hier war... Hier war dicht. Okay. Oh, scheiße. Das war verdammt knapp. Das ist... Das war frech. Das war nach links... Viel links klicken, rechts klicken. Oh, Mann. Man konnte da kriechen? Okay. Das mit dem Rahmen hast du vorherigen... Vorherigen Teilen genauso gesagt. Die sind schon ein bisschen her. Okay. Okay. Ich weiß nicht mehr, wie weit draußen diese Insel hier war. Aber ganz ehrlich... Rein ins Wasser und schwimmen. Muss ich jetzt da hoch? Ich hab so... Ich hab ein bisschen Angst, wenn... Wenn man hier durchs Tor geht, dann geht's weiter. Aber da hoch ist ganz schön weit für... Side-Track. Zum Leuchtturm ist das Ziel. Der ist doch... Aber war der Leuchtturm nicht oben? Aber jetzt was, wir gehen hier durch. Oh, ja. Anomal beschossene Buddha. Vielen Dank. Danke. 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 Da wollen wir nicht durch. Irgendwas am Steg. Glaubt ihr, man könnte bis da drüben schwimmen? Ich glaub, das ist schon weit. Ah, der sieht fit aus, der mag. Würde ich ihm zutrauen. Also, ich find's auch weit. Wenn man mal überlegt, als wir in Nordirland waren, du kannst halt Schottland sehen. Und da ist schon ein Stück dazwischen. Da lag was? Ich gucke mal genau zum falschen Moment, glaub ich, weg. So ein Seil liegt da. Ach, ne Münze wahrscheinlich. Münzchen! Dankeschön. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dafür flashen wir uns nochmal selber. Ja, also hier ist halt wieder so ein riesen Schaltraum. Warum, warum hat er den denn hier am, am Steg? Kannst, willst du nicht mal probieren, ob Telefon, ach ne. Okay, Telefon ist raus. Kann nichts benutzen. Außer das hier zu untersuchen. Okay. Welche Schalter drücken wir wohl? Okay, lass dir nur großen Rot nehmen. Ich kann noch nicht ändern. Komm schon, komm schon. Was hast du denn vor? Sind die Münzen immer Markstücke? Alles klar. Nice. Ja, okay. Das holt die Fähre. Ach ja, die war in so einer festen Kette. Oder... Okay, okay. Ist doch klar, dass das nicht geht. Mark ist jetzt mal weg. Tschüss! Warte mal, hat das... peek. Thor hat... Mmg. 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 ми Können die sich an der Kette langhangeln? Ey, jetzt geh weg mit Logik. Weil die dürfte ja ziemlich tief sein, oder? Oder nicht? Die hängt ja nicht bis auf den Boden durch. Ja, du hast recht. Aber nein. Aber bis zum Haus ist aber ein ganzes Stück. Guck, also krass, wie tief dann der ganze Gang und so war. Ey, hallo, ich laufe gerade gar nicht. Kannst du mal stehen bleiben? Ah ja, ich geh ja schon. Da. Für Mark ist das kein Problem, da hochzuspringen. Ja, ich glaube, ich laufe gerade gar nicht. Ja. Damit endet unsere Tour hier. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir einmal ganz außen rumlaufen. Du hast was im Haus übersehen? Aber da waren wir schon ewig nicht mehr. Wie willst du denn jetzt da rüberkommen? Achso. Geh weiter runter. Ich habe mal Angst, dass man da irgendwie in den Tod fällt. Halt, müsste die Sonne aufgehen. Das stimmt nicht. Weißt du, ich dachte, du kannst da rüber springen. Äh. Hä? Macht er nicht. Will er nicht. Aber warum soll ich denn dann hier durch? Ach. Na klar. Ich weiß nicht, wie gut es da lang geht. Okay, vor dem Leuchtturm. Oder, ja doch, das ist ein Leuchtturm. Ist leider noch... Was ist das denn? So ein kleiner Turm. Oh, balancieren. A und D. Ja, bis... Okay. Das ist echt mit dem rechten Stick noch. Nice. Ich frage mich halt wirklich, ob man da runterfallen kann. Und dann war es das für Marc. Ich glaube, es wäre der ärgerlichste Tod überhaupt. So, da schaffst du aber, oder? Ja. Der Auftrag ist gerade zum Leuchtturm zu kommen. Ich weiß zwar nicht, wieso zum Leuchtturm. Oh, ja. Gab es mal eine Vorahnung, wo Kate stirbt? Ja, nee. Das habe ich auch schon angemerkt. Kate ist in den Vorahnungen immer die, die irgendwie so zuguckt. Oder daneben steht. Oder so. Also. Von Kate habe ich keine gehabt. Am liebsten speichern und probieren. Ja, aber ich glaube, du kannst gar nicht frei speichern. Wenn, müssten wir dann an dem Dings nochmal anfangen. Kate ist der Killer. Ja, der Killer nicht, aber... Schon irgendwie seltsam. Von Aaron hatten wir eine. Von Charlie hatten wir mehrere. Von Marc haben wir mehrere. Von Jamie. Ich hatte von Kate keine. Und da wir die schwarzen, ja alle, die schwarzen Rahmen durch haben, gibt es von Kate auch keine. Das ist schon irgendwie strange. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Warum blinkt das Bild in der Mitte so? Sehe ich nicht. Bei mir blinkt da nichts. Jetzt blinkt das. Ja, vielleicht... Achso, warum bei den Bilderrahmen? Das weiß ich nicht. Das ist irgendein besonderes. Ich komme zur Party. Ja. Okay. Let's go. Hey, alles cool. Chill, chill. Jetzt mach nix mit dem Hund. Nein! Dahin werfen. Okay. Du musst ihn ja nicht direkt anfassen. Oh, na geht doch. Gutes Spiel. Als wenn... Conny. Du musst dich hier so weit draußen groß haben. Kurs aktualisiert. Das war wichtig. Als wenn ich einfach dem Hund einen Stein am Kopf werfe. Ach, der Hund ist einfach hinterher gelaufen. Okay. Kommt der jetzt mit? Scheinbar. Gibt keinen Mittelweg zwischen ganz doll anfreunden und mit Stein werfen. Ey. Die Welt ist ganz schön extrem geworden. Also ein Hund, der bellt, muss nicht unbedingt sein, dass er euch sofort beißen will. Aber es gibt halt wirklich Hunde, die mögen das nicht angefasst zu werden. Vor allen Dingen gibt es halt auch... Also es gibt halt auch Hunde, die mögen es nicht, wenn man so von oben runter kommt. Oder anfassen würde ich den halt nicht unbedingt. Es gibt sogar Besitzer, die mögen das nicht so gerne. Man muss ja nicht direkt mit Steinen schmeißen. Okay. Ähm. Okay. Vielleicht habe ich irgendwas anderes verkackt. Also ein wichtiger Part, ne? Also dass man hier einmal rumlaufen kann. Warte mal, hä? Geil. Ne, da will ich aber nicht hin. Ja, hier ist ja nix. Aber ich habe einen Hund zum Freund. Das ist doch schon mal was. Okay, wir können hier hoch und dann da hoch. Und... Hier können wir zumindest mal einen Überblick verschaffen. Okay, wow. Das ist ein Rundweg. Warum das denn? Okay. Und da ist ein Aufzug. Den ignorieren wir aber mal eben. Und versuchen, da hochzukommen. Ah, klingt was. Jawoll, kein Problem für Mark. Oh. Ach, so läuft das. Wie willst... Wie kommst du denn jetzt da runter? Ich hätte absolut keine Ahnung, wie man so ein scheiß Kabel da runterklettert. Ne, ne. Ne, da gehen wir erst mal gucken. Da wären wir hergekommen. Und ihr könnt es wahrscheinlich auf einen Schalter drücken, passiert nix. Die Rechnung geht wohl nicht auf? Okay. Ja, Kabel ist es. Also hier ist halt nichts gewesen. Oder ich habe... Also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass ich was übersehen habe, aber... Das wundert mich doch schon ein bisschen, muss ich sagen. Wofür kann man nur die Planke? Nur damit man das Balancieren verkacken kann? Okay. Scheinbar nur dafür. Das verstehe ich nicht so ganz. Aber okay. Dann Kabel. Hätte er mal sein Smartphone dabei, er hat bestimmt einen Taschenrechner. Du hast keine mobilen Taschenrechner mit. Am besten auf die Knie, Hand hinhalten und dem Hund die Entscheidung lassen, ob er kommen möchte oder nicht. Ja. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache. Axor! Dankeschön! Fünf Abos da gelassen! Wie nett von euch! So. Jetzt bin ich gespannt, Marc. Wie gehst du da runter? Wie nett von euch! Äh... Noch nicht! Gott dammit! Gott dammit! Kannst du mal dein Lämpchen rausholen? ich weiß es nicht hier liegt nix wo ist denn der hund eigentlich hin der ist doch nicht einfach hier runter gesprungen auch der lichter ja ist so tun ja da sollst du durch daran noch ein stück der hund wirft einem gleichen stein ja genau der wirf gleich mit steinen ja wow cool endlich noch ein horrorhaus und da oben ist unser einstieg da hätte ich ja mal gar keinen bock drauf kann man das hier runter schieben parry dankeschön parry münzen wo denn oder ein stock für den feini ja also die da da oben das fenster offen ist für die türen wohl nicht aufgehen okay das kommt unerwartet hat noch doppel reingelegt doppel reingelegt du schaust zum ersten mal was geht es im spiel sechs menschen werden eingeladen auf einem haus zu übernachten und darüber zu berichten wie cool das ist über so einen serienmörder so ein replikat zu sein beziehungsweise so ein museum im endeffekt wir haben wir den mörder dann eher so ziemlich krasse übereinstimmung er hat es leider nicht geschafft charlie auch nicht der rest ist nur da ja warum kann ich das ding nicht weiter schieben müssen wir nicht darüber wo habe ich denn jetzt gejobbt müssen doch wir müssen doch hier hoch oder nicht und jetzt da kannst du einfach überspringen hä test kam an danke marius passi ist auch neu dabei dankeschön warte mal wenn man hier einfach drüber balancieren kann wofür habe ich das ding neinander runtergeschmissen geh mal runter er muss ja irgendeinen zweck haben ja kommen die letzten stufen kannst du auch springen irgendeinen sinn muss das so haben nicht darauf klettern schieben ich komme hier aufs dach tatsache fuck vielleicht wollte ich doch oben ins fenster das stinkt hier so oh 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 ne oh nein oh das ist komplett dunkel wir sehen nur mit dem blitz oh no das sind die reste von weiß ich nicht ich habe ein bisschen angst dass wir in dem hart angekommen sind lol da wäre es mal früher hier gewesen aber warte mal das ding drehen ne moment ist offen ok ich hatte kurz überlegt ob wir zeitlich anders sind also vor jamie und so sind hast du gar mal für den stream hoch gestellt ich sehe alles in den raum ja das haben wir glaube ich das letzte mal gemacht das mag ich gerade gar nicht na oh nein oh 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 fuck okay ab in die truhe wir konnten aber auch nichts anderes machen jetzt kommt wieder dieses mysteriöse umdrehen weil irgendwas zwickt ihnen und er glaubt da ist jemand in der truhe natürlich kommen wir noch mal gucken ja klar cheater das sieht man ja gar nicht das rote licht oh nein das ist ein bug okay ja immerhin ich dachte nämlich er sieht safe das licht ich denke nicht dass er sein messer wieder hat also ich glaube der typ der da wochen lang die bad cave des grauens gebaut hat hat mehr als ein messer okay ich komme aus der aushärtungsanlage kinders wofür ist denn eine aushärtungsanlage wofür ist dieser raum ich mein ja du kannst halt hier sachen hinlegen und spülen aber ist es wirklich zum aushärten für die puppen die puppen alle puppen oder werden die toten darin präpariert ja das könnte teilweise auch noch sein ja also das das ist für leichen oder wieso hat man sowas hier deswegen sind hier auch kühltruhen ist das denn so eine ne das ist nicht aus der vorahnung also hause your head two victims discovered with heads switched lol okay äh wieso kann ich hiermit nichts machen wieso wird hier keine übersetzung angezeigt also ich denke jeder weiß was gemeint ist aber das hat das hat könnte warte mal äh also monday reportedly counted multiple purposed body parts hm nehmt ihr nicht als geheimnis und ich denke wir haben hier drin alles also ich gehe aber nochmal um danke walper auch schon 13 monat äh da habe ich geguckt hier rein naja schön da hängen die leichen von den vorigen leuten danke fuck oh mein gott ähm der hat ja abgeschlossen das heißt oh jetzt müssen wir nicht wieder was rumschieben der sollte ja erstmal nicht zurückkommen jung schreien sie man dankeschön wir müssen irgendwo nach oben wahrscheinlich da sieht man den typen jetzt in den camps oh das ist eine gute frage ich glaube aber nicht können wir aber gerne mal gucken glaube ich nicht weil dann könnte man sich ja sicher fühlen weil du hast ihn ja gerade gesehen wie er zum beispiel ne wenn er jetzt im labyrinth ist dann wäre der effekt hier völlig weg das gefahr droht ist natürlich ein bisschen ätzend dass er die türe abgeschlossen hat die vorher eigentlich auch schon zu war aber muss man einen anderen weg geben das heißt man kommt oben wieder raus mhm vorher gehen wir natürlich nur hier gucken sieht von draußen bestimmt lustig aus wenn die ganze zeit in diesen räumen immer wieder das licht an und aus geht aber hier ist nichts hier können wir auch nicht rüber doch schon wieder komm nicht den gleichen zweimal machen sie tatsächlich nicht da ist die muddi oder ne er ist da könnte man jetzt wenn man die kamera hätte bestimmt super ein beweis foto von machen mr harrison lee hier sechster zehnter versuchsperson ist erstickt um 4 uhr 27 versuchsperson gewaschen einfrieren nicht erforderlich da vorm aldehyd lösung vorbereitet wurde in das aushärtungshaus gebracht um mit der konservierung zu beginnen siebter zehnter frühe zersetzung hat noch keinen offensichtlichen verfall gezeigt brauchbares exemplar für die animatronische integration also ja der benutzt die dafür auch injektion einer form aldehyd fixierungs lösung in das herz kreislauf system der test person fixierungs lösungs prozess abgeschlossen ungefähr 4,5 stunden später versuchsperson in aceton bad gelegt in 24 stunden erneut untersuchen achter zehter keine probleme mit der versuchsperson in aceton gefunden noch keine anzeichen von leichenstarre in 48 stunden erneut versuchen gute fortschritte anzeichen von starre in den extremitäten die vorherige versuchsperson mr lewis harrison musste in einem säurebad entsorgt werden die leichenstarre erreichte die haut und verursachte eine starke blasenbildung was dazu führte dass die probe nicht brauchbar war möglicherweise aufgrund der kleinen statur der versuchsperson die die zersetzung beschleunigte 84 kilo im vergleich zu 64 kilo einer verzögerung beim beginn der fixierung oder einer zu niedrigen schätzung des formaldehyd gehalts weiterhin positive entwicklung extremitäten vollständig verhärtet bis hin zur starre der gliedmaßen in einer woche erneut untersuchen gliedmaßen 50 prozent verhärtet aceton abgelassen und ausgetauscht in 24 stunden erneut untersuchen keine probleme mit neuem aceton ersatz in einer woche erneut untersuchen ok also so experimentier vor dies auch noch das ist schon echt sick alles also diese dieses system dahinter ist halt wirklich schon was anderes als in den anderen teilen wo es teilweise einfach nur monster waren step 1 fixieren sezieren entfernen von körper fett und wasser durch die flüssigkeit dann imprägnieren positionieren aushärten hey guten abend allerseits bisschen eklig bisschen krass ein 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 hochgehen. So, und theoretisch müsste ja eins dieser Fenster offen sein. Mich würde es hart wundern, wenn der jetzt hier oben irgendwo rumeiert. Der ist ja rausgegangen und abgeschlossen. Oh, hallo. Boah, du lehnst da so casual-mäßig. Was liegt denn da? Ach, das haben wir gelesen, ne? Ja, das war die Zeitung. Ist Curing wirklich mit Aushärten übersetzt oder sieht er sich als Heiler für die Welt? Äh, ich glaube beides. Also ich glaube dieses, er sieht sich als Heiler... Der steht ja auf die Puppen und der macht ja die Puppen aus Menschen. Also es ist im Endeffekt so ein Evolutionär... Also nicht Evolutionär, aber eine Verbesserung. Scheinbar. Ach du Scheiße. Ja, mach die Tür auf. Komm schnell weg da. Äh, jetzt müssen wir da runter. Oh, nö. Ich kann da gar nicht runter. Ah ja. Okay. Schieben wir einfach den ganzen Schrank da runter. Bam! Hört ja keiner. Der ist tief gefallen. Okay. Ach, Kassettenrekorder. An alle Einheiten hier sind gerade. Gesucht wird ein männlicher Verdächtiger, bei dem es sich mutmaßlich um den Killeragenten handelt. Der Verdächtige ist Special Agent Hector Monday vom FBI. Er ist möglicherweise bewaffnet und sehr gefährlich. Zentrale, hier spricht Officer Martinez. Ich habe Mondays Auto entdeckt. Bitte um Verstärkung. Officer Martinez, wo sind Sie? Bei einer Lagerhalle in der Park Avenue. Fulton River. Sieht verlassen aus. Officer Martinez, Verstärkung ist unterwegs. Halten Sie die Stellung. Verstanden. Scheiße, er hat mich gesehen. Officer Martinez, halten Sie die Stellung. Scheiße. Hier wird bremstlich. Zentrale, fest Gebäude bremst. Die Feuerwehr ist unter dem. Der ist doch drin. Hören Sie mich. Der ist doch da drin. Mhm. Warum behält der Mörder die Kassetten? Pff. Unterschiedliche. Feen. Whatever. Ich frage mich gerade, kann man die Leiter hier runter? Weil aus dem Fenster, das ist das Fenster, was wir eben von außen gesehen haben. Da gucken wir, denke ich mal, raus. Was müsste uns das hier anzeigen? Nee. Das ist nicht das Fenster. Können wir wieder gucken, nur. Da müssen wir balancieren. Und, äh. Dann da links hoch. Chefsessel. Dankeschön. Und Dirk. Natürlich auch. Ey, wo der Hund ist, keine Ahnung. Ich hoffe einfach, dass der Hund da umschadet rauskommt. Aber der scheint ja irgendwie vorher da gewesen zu sein. Das heißt, dem Hund passiert wahrscheinlich am wenigsten. Das hoffe ich aber mit. Jo. Aber hier müssen wir nicht balancieren. Eins, zwei, hopp und durch. Ja, okay. Eins ist kaputt gegangen. Hast du eigentlich auch ein Till Dawn? Ja. Ach ja, stimmt. Die sind da runtergefallen. Wait, aber das muss zeitlich unterschiedlich sein. Wenn die, wenn die runtergefallen sind und man spielt die gerade. Die sind ja jetzt nicht, keine Ahnung, 20 Minuten da runtergeflogen. Der stand ja im Endeffekt, der Mörder stand ja noch da oben. Der hätte ja jetzt nicht zu Mark in dieses Haus gehen können, zu der Aushärtungsstelle und dann wieder weg. Naja. Naja, also wenn ich The Devil in Me durch habe, dann habe ich alle Teile gespielt. Es könnte gleich entweder sein, dass Mark schon da ist oder die beiden zuerst ankommen. Wenn die ankommen. Ah, Jamie. Oh, ich dachte, wir spielen Kate. Äh. Hallo? Okay. Jetzt geht die Maus. Er ist laufen, dann geht die Maus. Meine haben natürlich einen Vorteil, den leichten dadurch, dass jetzt zwei... Hey, wow. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Und kann man hier kriechen? Hier kann man kriechen. Was? Was? Hier wird man doch später verfolgt. Da. Da hat er was geblinkt. Ein Münzchen. Ein Fünfer. Ja. Wird man interessieren, ob wir noch die 100 Münzen vollkriegen. Okay, hier seid ihr runtergeeiert. Da sind wir drüber. Hopp. Kommst du da auch hoch? Ah, jetzt kommt man natürlich easy da hoch. Äh. Okay. Scheinbar wollen die zu diesem Haus da? Warum auch immer. Ähm. Ich geh nochmal kurz runter. Hier hat Killer-Nagellack, dass der noch so gut aussieht. Also, weil hier... Also, hier ist er echt groß. Hopp. Da glänzt es auch. Ist das ein toter Vogel? Nee. Was ist das? Eine Mütze? Warte. Hä? Mir fehlt gerade... Was soll das sein? Ist das eine Mütze? Ja, ne? Ein Stück Stoff. Naja gut, wenn ihr den Nagellack anfresst, dann ist er natürlich, ähm... Eure Schuld. Unterhose? Das war echt... Ich dachte, wenn wir erst mal draußen wären. Hörst du das? Da ist irgendwas. Wo ist da? Könnte alles sein. Ja. Hoffen wir einfach mal. Na, Münzchen. Uh. Da waren es nur noch, äh... Sieben. Wenn der draußen wohl auch Kameras hat, könntest du mir bitte nicht noch mehr Angst einjagen? Ja, sicher hat der draußen Kameras. Sieben Münzchen ist noch. Wobei... Nein, nicht sieben Münzen, aber... Ich würde Charles Linkers allgeben, um jetzt in Topeka zu sein. Echt jetzt? Ich gucke. Ich hab keine. Aber ich mein, ist doch unser Channel. Wär auch schon irgendwie frech. Also das mit der Werbung tut mir halt echt leid. Was wollen die denn an dem kleinen Hütchen da jetzt? Oh, oh, oh. Knapp. Aber ganz ehrlich, was soll denn da passieren? Die fällt ins Wasser und dann... Also... Das ist ein ruhiger See. Gehen wir doch einfach mal hin und klopfen, freundlich. Hallo? Verdammt. Oh, da wird aufs Schloss gesumt, als könnte man einen Schlüssel finden. Den man dann benutzt. Dann müssen wir doch mal gucken. Nein, nur soll es nicht da hochgehen. Sieh an, sieh an. Da liegt der Schlüssel. Und eine Hand. Geschafft. Ja. Ignorieren wir einfach gekonnt. Dass da jemand drin liegt. Pass auf, jetzt. 3, 2, 1. Überraschung. Oh, Mediziniker. Dankeschön. Und Maschine. Vielen Dank. Ähm. Oh mein Gott. Da ist eine Leiche. Ich kann schon wieder die Kamera nicht bewegen. Warum denn nicht? Ah. Ja, irgendwie hackt ihr denen gerne die Hände ab. Und zwar immer die rechte. Das war bei der Pool-Leiche auch schon so. Geheimnis gefunden? Welches denn? Ähnliche Leiche. Hä? Ähnliche Leiche gefunden. in einem Schuppen. Seine rechte Hand wurde abgetrennt. Er scheint verblutet zu sein. Ja, der Schuh fehlt auch. Tatsächlich fehlen uns... Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht... Zwölf Hinweise. Wobei sel... Also... Bisschen seltsam ist, dass nur einer so einen gelben... Äh, so einen weißen Rand hat anstatt so einen gelben. Okay. Also wir haben jetzt diese... Diesen Schuppen aufgemacht. Nur damit wir diese Leiche finden. Na gut. Okay. Wir gehen wieder. Ja. Ich werde jetzt nicht wieder einkraxen. Finde den Schuh. Nee. Bitte nicht. Das ist nicht Cinderella. Arcade schaffst du, ne? Guck mal. Da ist schon wieder mehr Mörderhaus. Da lag noch was. An der Leiche war noch... Oh, echt jetzt? Okay. Da muss ich nochmal zurück. Was lag denn da noch? Vielleicht ne Münze? Oh, das wär cool. So ne 10 Punkte Münze hätte... Würde ich jetzt gerne haben. Weil dann werden das nicht genau 100. Oh, wie soll's am... Bei der Leiche ansehen. Loll, als... Oh. Loll, die hat ja sogar den Schraubenzieher noch. Guck dir das mal an. Ja, den Schraubenzieher. Ach, du Schande. Ja, okay. Was war denn das gerade? Guck mal hier. Ich hab eine kleine Lampe-Laterne gefunden. Dann kannst du dir die andere Taschenlampe doch der Kate geben. Wir trauen es hier. Easy-Mode. Ja. Die Taschenlampe hält wahrscheinlich 5 Minuten oder so. Da sind 20 von den ganz dicken Batterien drin. Also je mehr Licht, desto besser, muss ich bisher sagen. Deswegen ist schon ein gutes Upgrade. In manchen Spielen gradet man die Waffen ab, in manchen die Taschenlampe. Upp. Münzen, bitte zu mir. Nein. Ey, wie viele Häuser stehen denn hier? Das ist ja richtig krass. K.O. Decay-Oil oder so stand da, glaube ich, drauf. Wo ist Kate? Kate! Ah ja. Ist da ein Licht an? Ah ne. War nur die Taschenlampe, die so krass zurückschreibt. Das ist ja auch der Hund. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Wo könnten die nur seine Riesenlichtkegel. Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, schwer zu finden sind die halt nicht. Ih, Ratten. Aber was knurrt denn? Da ist ja der Hund. War doch nicht die Ratte. War ja Riesenratte. Wie ein Hund. Oh weh, du hast irgendwas mit dem Hund gemacht. Falle. Fordernd Hilfe, ängstlich Deckung. Hey, der weiß doch eh, wo die sind. Oh nein. Da ist die fette Ochst. Der Hund mag den aber scheinbar auch nicht so gerne. Wann hat die da jetzt für Schnelligans vor? Lol. Wait, wait, wait. Will die gerade echt den Hund töten? Weil der zu laut ist? Also ich weiß ja nicht, was... Also auf gar keinen Fall. Das ist ja skandalös, wenn das jetzt so ein Ding ist, dass du da überlebst. Ja, also tu mir leid da, Jamie. Du bist mir scheißegal und verreckt die halt beide. Aber das ist eigentlich nicht das... Damn. Nein! Nein! Wollt ihr das Game wirklich, dass man den Hund ruhig stellt? Das kann man kleben. Also das ist doch nicht euer Ernst. Aber vielleicht hätte man ihn einfach nicht mitnehmen sollen. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte die den einfach nicht mitnehmen sollen. Aber also die Situation gerade hier, ist mir scheißegal, dass die draufgegangen ist. Tut mir leid, aber... So nicht. Da habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Natürlich ist die genau reingelaufen. Gut, dass wir gerade eine Lampe hatten, ja. Ja, Mark und Kate sind noch da. Die anderen sind leider... ... draufgegangen. Aber also, tut mir leid, den Hund gerade... ...never hätte ich das mit dem Hund gemacht. Eigentlich heißt doch, dieser Staub, der da überall rumfliegt, dass da schon ewig niemand gewesen ist. Aber... ...die sind wahrscheinlich auch die Mega-Pfeilen und so ein Kram. Oh, was ist das denn? Ah, da ist die Münze! Der Hund hätte überlebt. Echt jetzt? Obwohl du dir mit einer Flasche in den Hals stichst? War gut. Das wusste ich halt vorher nicht. Nee, in dem Szenario nicht. Okay. Also, diese alten Backstein-Dinger und so dunkel und... Mag ich nicht. Also, wo es mir ein bisschen leid tut, ist Charlie. Da habe ich halt zweimal richtig kacke reagiert. Ähm. Aber auch bei Aaron. Also, ja. Hätte man das mit dem Asma nehmen sollen? Ich weiß nicht, bin mir aber auch immer noch unsicher. Naja. Evidence. Oh, guck mal. 98. Um 6 Uhr entdeckte ich Officer Frank Hooper, dass eine oder mehrere Personen sich zutritt zur Asservatenkammer in der West State Street Nummer 1612 verschafft hatten. Danke. Unter den vermissten Gegenständen befand sich Beweismaterial aus der Wohnung des ehemaligen FBI-Agenten Hector Mundy. Darunter Bücher, Kleidung, Notizen, chirurgische Instrumente und Dentalgeräte. Wir gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Einbrechern um Souvenirjäger handelte, die auf Memorabilien von diesem Fall aus waren. Ende des Berichts. Wer hätte das wohl sein können? Zähne waren Fake. Grantham Dement Artist. Schon wieder so eine Karte. Drei von fünf. Oh, ich glaube nicht, dass ich die alle finde. Nee, nee. 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 Das klingt sehr zusammengeschmitten. Kurs aktualisiert. Mark hat herausgefunden, dass Dement Charlie durch falsche Beweise in die Morde verwickeln wollte. Ja, aber das würde ja voraussetzen, also dann würde der Mörder ja voraussetzen, dass einer überlebt. Oder diese Beweise der Polizei zuschustern. Das kann natürlich auch sein. Aber, wärt jetzt nicht voll smart, dieses Fake-Band da zumindest zu zerstören? Weil, keine Ahnung, was noch passiert. Naja. Wettpunkt, vielen Dank. Whitey White auch vielen Dank. Dankeschön für die Subs. Da, mein da. Silver Spring University. Hiermit verleihen wir Hektar Weyland Monday, den akademischen Grat. Für Psychologie. Nice. Danke. Danke. Hey, hier ist nicht mal ne Klinke dran. Ja, da hat er abgemacht. Da ist zu. Hören wir nur hier rein. Wer ist das denn? Mark und Jennifer Edwards. Okay. Der Schlüssel für, lol, das ist für unten. Der Bootsschlüssel. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Ach so. Ja, irgendetwas rumpelt da, die rumpelt da die ganze Zeit. Der Killer hat sich aus Versehen eingeschlossen. Oh, 7. Juli 1965. Ne, ein bisschen her. Clarence, ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence. Bitte. El Monday. Ein Brief an Hector Mondays Vater, der zurückgesendet wurde. Hector lernte seinen Vater nie kennen. Lucinda hatte Hector als Alleinerziehend groß gezogen. Erzogen. Gezogen. Ein gerahmtes Abschlusszeugnis. Hector Monday hat einen Abschluss in Psychologie, Jordan. Eine Liste mit Decknamen. Oh ja, das ist aber auch schon. Stimmt. Grantham Dumet. Richard Belknap. Stimmt, der ist wirklich die anderen Namen einfach alle. Das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Auch dieser Benjamin Ptizzi oder so. Das war klar. Das war klar. Aber so langsam. Echt? Okay, hatte ich gekriegt. Er ist schon hoch. Was hattest du gesagt? Jamie hießt die eine. Äh. Ach, die eine. Achso. So, oben bin ich schon angekommen. Erster. Verhast. Machst du nicht den Davidoff-Typen, der von oben... Leu. Oh, da kann man wirklich rüber. Okay. Was genau bringt denn das jetzt? Also, was hat denn das damit zu tun, dass das Boot funktioniert, das jetzt... Also, das Licht angehen soll? Hm. Ja, dann wirst du das wohl doch machen müssen, lieber Mark. Schau nicht nach unten. Schau nicht nach unten. Schau nicht nach unten. Dann kommt Batman. Nee, ich will aber nicht, dass Batman kommt. Die Batcave haben wir ja schon gesehen. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Komm schon, begehen wir eine Straftat. Mark, mach keinen Quatsch. Ich schalte den Leuchtturm ein. Da hat er ja richtig einen gezwiebelt gekriegt. Mann, 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 ey. Das war ganz schön knapp. Mark, mach keinen Quaker. Da ist doch schon so ein Riss in der... Oh, okay. Also, okay. Der macht das Licht an. Und dann... Das Licht an. Und Mr. Dumette weiß wieder mal ganz genau, wo du bist. Au. Ich würde mich vielleicht ducken. Das könnte hell werden. Oh, warte mal. Ich glaube, ein Achievement. Horch. Mark hat den Leuchtturm in Gang gesetzt. Horch? Wieso heißt das? Horch? Und... Okay. Ah ja. Schönes Standbild gerade von Mark. Der hat festgestellt, es ist hell. Stimmt. Hä? Okay, Leuchtturm ist an. 4.30 Uhr Ich schätze mal in anderthalb Stunden geht die Sonne auf Geil, der Killer weiß, wo ich blöde kann Oh, warte, Kurs aktualisiert Mark hat das Leuchtturm nicht eingeschaltet Mark hat einen Bootsschlüssel gefunden Äh, ja Aber Wo ist jetzt der neue Kurs? Hatten wir doch schon Ach du Scheine, der stand hinter dem Oh Da bist du ja Das überrascht mich Du kannst also auch mündlich sein Nörgel, nörgel Also schlimmer als das Haus damals bei Resident Evil 7 kann das gar nicht sein Ah, bisschen Bisschen ekel essen Ist halt Omelette steht da schon länger Danke, Claire den Feier Oh, auf 44 Monate Und hallo Mystique Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub Also das Essen Ich glaube, Peter hätte da zumindest mal probiert Das ist die echte Mutti Oder? Die hat ja auch zu einer Puppe gemacht Also die echte Nicht mehr lebende Aber Mittlerweile Puppen-Mutti Die hat er aus dem Altersheim entführt Oder so Oder? Lomsi Danke auch für den neuen Prime-Sub Ja, sieht zumindest so aus Atme die Ne Das dürfte Mama sein Du bist ein egoistisches Monster Warst es immer schon Der Junge der Gruselgeschichten liebte Von Helen Blake Hey Wer sind sie? Der einsame Junge liebte es Gruselgeschichten zu lesen Wow Er las Tag und Nacht Gruselgeschichten Oh wow He lived his He lived his With his What? Aunt He lived his With his Aunt But she was very strict Aber durchgestrichen Er lebte bei seiner Mutter Aber sie war sehr streng Legt das Buch weg Der Junge hatte es satt Dass man ihm sagte Was er tun soll Das ist unfair Das Buch brachte ihn auf eine Idee Brache Der Junge schlich durch das Haus Hehe Moin Oh schön Er sprang herum und schrie Und erschreckte seine Mutter Hehe Buu Er liebte Gruselgeschichten Hahaha Da hat er die Muli umgebracht Ah ne Er hat ihn nur erschreckt Aber da ist auch wieder alles weggekritzelt Aber das war's Ah ist immer durchgestrichen ordentlich Also statt Tanta oder Mutti gehabt Ah ne geht nicht Wenn er sein könnte Aber nochmal zurück kann Du kennst mich nicht Ich bin keine Göre Du weißt überhaupt nicht Welche meine Lieblingsseite ist In einem Fünfseitigen Buch Sechs Was war der Inhalt vom Buch Der Inhalt war eine Kindergeschichte Ein kleiner Junge der Gruselgeschichten mag Und irgendwie Hat er das alles auf sich bezogen Äh Kriegst du jetzt die Tür nicht auf? Doch Ähm Also von der Musik her würde ich sagen Mein Spinnensinn greift gerade Aber die Tür ist zu Ach lol Da geht's hoch Lol Hier sind wir schon gewesen Hier war Mark Da ist gerade irgendwas übersprungen worden Wir haben nichts gedrückt Oh mein Gott Ist das die erste Vorhersehung? Tür prüfen oder Mark helfen? Warte 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 Nee Da Ist das ein Hinweis Dass Mark nicht mehr zu helfen ist? Das ist nicht Mark Das ist nicht Mark Warum sollte die sich so erschrecken? Entweder ist es halt Entweder ist Mark Kaputt Und sie erschreckt sich davor Wir können ihm eh nicht mehr helfen Oder Es ist nicht Mark Wir checken die Tür Da ist Mark Nice Immerhin Ich will gar nicht wissen was das war Kurs aktualisiert Mark und Kate konnten vor die mit Im Leuchtturm fliehen Oder ist Vielleicht war es Manuel Neuer Er weiß das schon Ja scheiß auf die Mutti Wo sind die anderen? Wer hat sie erwischt? Beide Komm schon Beide? Achso ja klar Von der dritten wusste Mark Was aktualisiert? Hä? Aber das hatten wir doch schon Ne glaube ich nicht Ah warte 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 Da 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 Neu 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 Jamie hat im Bauernhaus Den Hund gehen lassen Weil sie sich vor Demette versteckt hat Achso Er ist ja nicht neu Maries Halskette Und Ring Waren in dem Metz Hotel Ausgestellt Na gut Ja Leute Ihr müsst eigentlich Keine Panik haben Ihr müsst normal joggen Der geht sowieso nur Also so schnell rennen Müsst ihr gar nicht So jetzt aber Kurs aktualisiert Die Crew sah Ein Bootshaus Vom Klippenweg aus Oh lol Wegen dem Leuchtturm Oder was Ja aber das siehst du doch so Licht an What Okay Jetzt kommt direkt Die State Police Vielleicht Unser Retter Noch ist nicht vorbei Was hat Ellen dabei Pfefferspray oder Ach ne Waffe So Bereithalten zu reagieren Was zur Hölle Oh Handflächen nach vorne Hände hoch Was aktualisiert Der Polizist hat die Leichen Des Fährmanns Und des Mädchens Gefunden Ja Der ist jetzt Bisschen nervös Kann ich mir gut vorstellen Warum Die haben es ja doch nicht geschafft Keiner Redet Ich sagte Die Handflächen nach vorne Zum Glück sind sie hier Sie müssen uns helfen Bis ich weiß Was hier los ist Rührt sich niemand Klar Da kommt einfach Molotow geflogen Das Boot Ernsthaft Lady Ja Nimm die Waffe und knall den ab Oh, wir dürfen wählen Das ist tricky Aber Zum einen wurde öfter erwähnt, dass die Maske Sehr beständig ist Also Ich bin am überlegen Einfach zu rennen Kill him now Und das haben die bisher nie gemacht Das Genau, ich gebe dir recht, angreifen hat bis jetzt Nie irgendwas bewirkt Er ist wie Michael Myers Der steht immer wieder auf Also nicht, dass er auch so sterblich ist und so Aber rennen, Leute Wir haben den Schlüssel fürs Boot Ich hätte gerade fast auf, obwohl er die Waffe geklickt hat Abfahrt Umed tötete den Polizisten Das kann man verhindern Okay Zimit die Zapp Schlüssel rein Boot startet natürlich sofort Könnte gehen Funktioniert nicht Funktioniert nicht Das was? Ah ja Zieh fester, Schwester Nimm den Hund mit Erstmal streicheln Jetzt wäre der Moment, wo du den Motor nochmal kräftig ziehen könntest Der Hund hat überlebt Das ist das allerwichtigste überhaupt in dem ganzen Spiel Oh Tschüss du Loser Ja genau Er ist auch wirklich rein hier Okay krass Meinst du? Meinst du, der hängt unten am Boot oder so? Als ob Der ist ja wirklich wie Michael Myers Jetzt haben die natürlich keine Waffe Nein, 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 nein Ah Der Hund wurde ins Wasser geworfen Du mieses Stück Arschloch Was haben wir denn jetzt hier rammt? So, Mark Axt nehmen Zuschlagen Was war denn das für ein Schlag? Äh? Leute, das ist ja Ne 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 Angreifen oder springen Hä? Die angreifen oder springen Was? Ne Ne Das ist ja nicht Also da steht niemand Also springen ist der Tod für Mark Nein Oder auch so Oder auch so Hä? Kann ich auch noch was tun? Oh, die rechte Maus Das finde ich echt kacke Ich kann mit dem Mittelfinger nicht so schnell klicken Ja moin Tschüss Tschüss Oh, das kippt aber auch Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Ähm Ach komm Okay Musste mit einer Explosion enden Ja, das war Klaus Ich weiß Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Wo ist Conny? Wo ist Conny? Ja Ja Voll aufs Gas getreten Der hat doch aufs Gas getreten Rechts ist doch Gas Oder nicht Licht auf Unterstanden sie mitten auf der verdammten Straße Wedelten wild mit den Armen Wie so ein Haufen Verrückter Und wo kommen sie her? Ah Fort Wayne Bin seit 3 Uhr morgens Unterwegs Frühschicht? Naja Ich wollte um 8 Uhr im Hafen sein Das schaffe ich wohl jetzt nicht mehr, oder? Glückliches Ende Conny hat überlebt Beste Trotzdem habe ich das Gefühl Es gab zu keinem Zeitpunkt in Game Die Möglichkeit, dass Kate stirbt Nach all dem Klingt ein Neuanfang nach einer guten Idee Ja Nur Versprich mir zu sagen, wie es läuft Nur wenn du mir weiter deine ungebetenen Ratschläge versprichst Na klar doch Ich bin zufrieden mit dem Ende, muss ich sagen Charlie tut mir ein bisschen leid Jamie Ist dumm gelaufen Charlie war ich schuld Aaron Hätte ich jetzt vorher auch nicht gewusst Aber wie gesagt Kate Also Als sie alleine gejagt hat Auf dem Dach zu Jamie Ich weiß nicht Kate hätte von der Wand gekillt werden können Ja, wenn Wenn Jamie den Schraubenzieher hat Und du dann den Knopf drückst Dann Stimmt Dann hätte Kate gekillt werden können Ich hätte aber sehr interessiert Wir haben es ja nicht geschafft Mit der Kamera Beweise zu sammeln Ob das jetzt noch irgendwas Für die Nachgeschichte An Auswirkungen hat Grantham du mit Grenze durchstrichen Ja Was ist jetzt los? Alles hat einmal ein Ende Aber wie gut war dieses Ende Für unser Filmteam Ja Passiert Warum dissten der die jetzt so? Was ist mit den Überlebenden? Hat sie diese Erfahrung verändert? Kates Geheimnis Sie war traumatisiert von etwas Das vor langer Zeit geschah Aber Sie hat sich dem gestellt Was sie am allermeisten fürchtete Und hat überlebt Und Mark Er musste aufhören Auf die Anweisungen anderer zu warten Er musste seinen eigenen Weg finden Um den Papierkram kümmere ich mich morgen Sie finden selbst nach draußen? Es war Wie immer Erhellend Wir sehen uns sicherlich wieder Nun bis dahin Haben die da jetzt nochmal hochgeklettert Oder was? Sie können jedoch bestätigen Dass gegen kurz nach halb acht Ein Lkw-Fahrer angehalten wurde Um Hilfe zu leisten Kurze Zeit später War auch die Polizei vor Ort Die überlebenden Personen sind Teil eines Filmteams Larnet Entertainment Das Team hinter der Serien Architects of Murder Verdammt Ich hoffe die Reine Und wurden leider selbst zum Opfer Aha Zumindest hat ihr Albtraum jetzt ein Ende Heilige Scheiße Erinnert ihr euch noch an mein Video? Wie könnten wir? Du erwähnst das doch bei jeder Gelegenheit Was? Ja Ich hab so viele Klicks Ich hab was gewonnen Jetzt sag schon Einen All-Inclusive-Aufenthalt für fünf Personen Auf einer Insel Jetzt bin ich ganz ohr Ja, Mr. Demet meint Sie werden sogar eine Limo schicken Das wird ein Riesenspaß Du siehst gerade im Fernsehen was passiert ist Geil Da fahr ich hin Danke Okay, das war aber cool Hey, das ist Oh, das ist der Titelsong Den jetzt die Wie hießen sie? Barbershop Ähm Leute singen Wir treffen auf die Insel Auf jeden Fall Ja, auf jeden Fall Ah, cool Wo bleiben denn die Charakter? Ja, das stimmt was denn mit den Münzen? Ah, da kann ich mir jetzt bestimmt irgendwas im Shop kaufen oder so Also im, im, für nächsten Teil vielleicht Guck mal mal hin Nächster Teil ist schon eine Teaser Ja, wo Teaser für den nächsten Teil? Gab's denn nicht immer in den vorigen Teilen? Die Maske? Hä, das war doch die Maske, die er getragen hat Am Ende der Credits Ah, das können wir uns doch bestimmt angucken From time to time You heard and saw So I'll close your eyes And I'll lock your jaw I'll lock your jaw So you can talk I'll fix your feet So you can walk Soho voices Ha, he's doing Nigel Barber Oh, der Hinweis über den Tod war bestimmt, wenn man mag, hätte geholfen, hätte, oder? Das könnte ich mir vorstellen Also ich würde es auch gerne über das Menü gucken Kannst du nicht überspringen Der beste Teil, oh Aus der Dark Pictures Reihe Ich fand den, den wir zuletzt gespielt haben Den eigentlich zweiten Little Hope Fand ich ziemlich cool Von der Story her So dieses Hin und Her wechseln Und wer ist es und wer nicht Das fand ich ganz schön Genauso wie bei Man of Medan am Ende Den Twist Bei Man of Medan sind bei mir echt viele gestorben Ja Viele sind bei mir gestorben Weil ich den Twist nicht vorausgesehen habe Deswegen der zweite Jetzt war der vierte Das war ja nochmal der dritte Ah, jetzt ist Trailer Time Okay House of Ashes Trailer Time Oh mein Gott Space Geil Das hat so Event Horizon Das sind Vibes Oh nice Season 2 Premiere Hä Okay, geil Also Finde ich cool Weil Also Das ist ja ein Setting Das hatten sie ja noch Überhaupt nicht Achso stimmt Season 1 ist over Ja genau Das ist ja der letzte Teil Der Season 1 Jo Recht hast du Jetzt würde ich aber gerne noch wissen Ach, Sammlerstücke Ich kann hier bestimmt irgendwo die Münzjes ausgeben Gesperrt Das ist immer noch gesperrt Also uns fehlen auf jeden Fall Zwei weiße Rahmen Und der in der Mitte Endlich Kann ich jetzt einfach die Sachen nur nochmal nachgucken Ja Ey, wo sind die Münzen? Bonusinhalt vielleicht? Interview mit Jesse Buckley Amerikas erster Serienmörder Ist das so ne Uh nice Torture Chambers Secret Passageways Vats of Acid And Deadly Vaults In 1895 Chicago Police unearthed horrific evidence of torture and multiple murders at the sprawling Castle of H.H. Holmes Masquerading under the guise of caring doctor, kind husband and prominent businessman H.H. Holmes was a contemporary monster Designing his buildings solely for the disposal of human bodies Ja, ist ne wahre Geschichte Torture Doctor Monster of 63 Aber ist viel dazu erfunden worden H.H. Holmes Was amerikas first Serienkiller Deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt erzählen The suburb of Inglewood was thriving with commerce The train station itself had nine leading lines of railway and over 100 trains stopping there every day No other suburb of Chicago had this luxury Dr. Henry Howard Holmes Pleasure to meet you Arriving in Chicago Holmes finds work immediately at the E.S. Holton Drugstore Located at the southeast corner of 63rd and Wallace in Inglewood Several months later Everett Holton dies of supposed natural causes Then Claire Holt and his wife disappears after selling the drugstore to Holmes Owning the drugstore Holmes had a steady flow of cash He would often purchase and resell goods and properties under his numerous aliases In addition to scamming creditors Holmes obtained his funds from other phone Yeah, that's how I figured him out Mineral water elixir Which in reality was obtained from the city's water supply 1888 Holmes secures a lease on the vacant property across the street from the drugstore The southwest corner of 63rd and Wallace It is here that Holmes will make his horrific dreams come true He will construct a building for which the entire world will remember him That's what he did then And so what he did then was he took a step further in his fantasies to make it reality And probably if we had done a little bit of investigation back then We would have seen things like his plans But not just plans for a building Because we'd expect to see architectural plans But plans for his torture rooms For the suburb of Englewood The building Holmes is erecting at 63rd and Wallace Is a massive construction project Day after day Passers-by stopped to gaze at the spectacle of the many laborers working together To create a magnificent new edifice in their neighborhood Englewood residents were so impressed with the massive building That they named it the castle From its outward appearance It seemed rather normal But like the duality of Holmes The exterior and interior of the building Were extremely different Holmes himself was the architect of the building He was the only one who knew its design There was this constant turnover Of workers on the building He would hire a mason to put in a wall And then fire the guy Or hire somebody to put in part of a staircase And then fire him And there seemed to be several very sinister reasons behind that One was he managed not to pay a lot of these people Because he was always claiming that they were doing incompetent work But the other much more insidious reason Was that no one except him Really had a clear idea Of what the structure of the interior of the house was He had a huge bank vault installed In one of the rooms And the way he did it was He put the vault in first While the building was under construction And then built the room around it And he bought this thing on credit And then refused to pay for it The bank company said they were going to repossess the vault Holmes said, well, you know, come on in and do But if you damage my building in any way I'm going to sue you for everything you're worth The bottom floor of the castle housed a pharmacy, jewelry store, barbershop, restaurant And a blacksmith shop Behind this innocent facade Was a gothic house of horrors Designed by the mind of a monster The third floor seemed innocent enough Containing rented rooms Legitimate offices And Holmes' own bedroom But it was the second floor that contained 35 rooms Many specifically designed as killing chambers Disorienting unsuspecting victims The labyrinthian construction contain numerous staircases and doorways That led nowhere I don't know I don't know Für einen schnellen Weg zu schnauern, ein kleines Schuss und Schnaufer führt direkt in die Basement des Castle. Achso, wie so ein Wäscheschacht, nur für... Die Basis hat die Schreifte der größten Räume, wie eine Medievale, Torte-Dungeon. Acid Vats, Quick Lime Pits, und ein Crematorium, ...disguised as a glassbending furnace ... ...were Holmes' favorite methods of immediate body disposal. Eieieiei! After cleaning and mounting their bones, Holmes would profit from his victims ... ...by selling their skeletons to local medical schools and universities. It's up! Holmes would make a killing in Chicago. Financially and literally. Geschäftsmann auf jeden Fall! May 1st, 1893. The world's columbian exposition is open to the public in Chicago. Spanning 600 acres sprawled out along beautiful Lake Michigan. The magnificent fair is a monumental sight to behold. Over 20 million people from around the world would attend the dazzling world's fair between May 1st and October 30, 1893. ... 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